Dankeschön. You like so much. Oh my God. Immer wenn Wolfgang und ich uns jetzt irgendwie was an den Kopf knallen und irgendwie so ein Vorwurf, ne? Du hast ja gestern schon wieder nicht den Müll rausgebracht, sagen wir jetzt einfach, wir rechtfertigen uns nicht mehr, sondern wir sagen, Dankeschön. Echt? Dankeschön. So richtig aufgesetzt und damit hat sich die Sache dann auch erledigt. Echt jetzt? Ja, und ich finde, Dankeschön klingt genauso wie Dankeschön. Weißt du, ist genau das gleiche. Und ich finde, das könnte man genauso sagen. Oh, du hast gestern schon wieder nicht den Müll rausgebracht, du blöde Kuh. Dankeschön. Hä, das ist voll der coole Anfang. Hast du gerade Wolfgang gesagt? Ich hab Wolfgang gesagt, ja. Perfekt, dann können wir das doch direkt benutzen. Machen wir das jetzt? Ist das unser Anfang? Ich fand das gerade voll witzig. Ja, das machen wir jetzt seit einer ganzen Weile und ich finde irgendwie, das ist so ein weiterer Schritt in unser Zusammenleben als schwules Paar, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach ein weiterer Schritt, sich es gegenseitig nicht ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, aber wir können das jetzt gerne auch für uns beide einführen. Einfach immer, Dankeschön. So weißt du, wenn wir genervt voneinander sind. Ich find's eigentlich witzig. Ja, wenn's zumindest was ist, was nicht besprochen werden muss. Weißt du, wenn's sowas ist, so... Ja, einfach sowas. Guck mal, die nächsten zwei Wochen werden wir quasi aufeinander hocken, Julia. Und wir werden uns safe auch mal auf die Nerven gehen, mit irgendeiner Scheiße. Und wenn du dann irgendwie sagst, Jory, jetzt hau einfach mal ab, furz mal jemand anderen an, dann kann ich sagen, Dankeschön. Ach so, hast du mir das jetzt einfach nur erzählt, um mich einzuführen in diese in diese Art und Weise miteinander umzugehen, damit wir das ab jetzt auch machen können? Nein, nein, nein. Damit du dich nicht mehr rechtfertigen musst, sondern einfach nur noch sagen kannst, Dankeschön. Mach ich das eigentlich richtig? Nein. Nicht so richtig, ne? Na, du musstest so ein bisschen aufgesetzt, so richtig unecht musst du. Dankeschön. 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 Boah, sind wir nervig. Ich bin da gerade drauf gekommen, weil, also Leute, an alle, die zuhören, und auch an Julia, falls du es noch nicht gemerkt hast, wir sitzen woanders, als in unserem gewohnten Umfeld. Nee, ich hab's noch nicht gemerkt, aber irgendwie rieche ich andere Sachen. Echt? Ja, aber ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wo sind wir denn? Wir sind in den Podimo Studios. Kann man das so sagen? Ja, und ganz ehrlich, seitdem wir hier sitzen, haben wir beide gesagt, oh mein Gott, Joey, wir brauchen ein Podcast-Studio. Ja, es ist schon cool. Wie cool es hier ist. Es ist schon cool. Hier ist alles so richtig eingerichtet, es ist wie so ein gemütliches Wohnzimmer, hier fehlt nur noch der Kamin. Stimmt, aber guck mal, der würde halt auch perfekt da hinpassen. Der würde perfekt ein Kamin hinpassen. Ein Peckkamin. Naja, auf jeden Fall sind die Leute gerade, weil wir gesagt haben, wir nehmen hier nur auf, wenn niemand sich im Raum befindet, weil wir uns sonst nicht wohlfühlen. Ja. Stell dir mal vor, die sind eigentlich die ganze Zeit hinterm Vorhang. Das wäre so krass. Weil die haben gerade einfach nur Leute, hier ist quasi alles so mit Vorhängen zugemacht. Und der Raum geht eigentlich noch weiter. Da ist nur so ein Raumtrenner mit einem Vorhang und die haben den gerade zugemacht und gesagt, wir gehen jetzt, tschüss. Aber die sitzen da eigentlich die ganze Zeit. Genau, und als sie gesagt haben, wir gehen jetzt, tschüss, habe ich gesagt, Dankeschön. Und deswegen bin ich jetzt auf die Sache gekommen. Nein, die sitzen da nicht, die sind jetzt alle weg. Die würden ja auch sonst lauthals lachen die ganze Zeit, weil wir so witzig sind. Stimmt, genau. Aber wir würden es halt gar nicht hören, weil wir gerade diese riesigen Kopfhörer auch haben. Das ist ganz komisch. Das ist eine ganz andere Wahl, Podcast aufzunehmen. Wir hören uns gerade nicht mit unseren Real-Ohren, sondern wir hören uns über Kopfhörer, die wir aufhaben. Ja, obwohl wir gegenüber voneinander sitzen. Es fühlt sich an, als würden wir remote aufnehmen, obwohl wir es gar nicht tun. Ich kann dich theoretisch anfassen. Wir können uns anfassen und trotzdem hören wir uns nicht echt. Und Julia, ganz ehrlich, ich verstehe gar nicht, warum wir das haben. Ich weiß noch. Also, was ist der Sinn dahinter? Ich glaube, das ist einfach, damit man sich gut fühlt, ne? Nee, ja, damit man sich professionell fühlt. Und ich glaube, das hat auch einen Sinn, damit du halt siehst, wie laut du im Mikrofon bist. Weil wenn ich ja zum Beispiel so weit weggehe, dann ist ja voll scheiße und jetzt höre ich es. Aber wenn ich das nicht aufhätte, dann würde ich es nicht hören. Julia, geh einfach wieder nah an das Ding. Du stresst mich jetzt schon. Dankeschön. Du hast es verstanden. Ich finde es auch super. Es macht ganz viel Spaß. Joey, ich wollte die Folge eigentlich ganz anders anfangen. Na, da freue ich mich doch. Dann hau mal raus, was du zu erzählen hast. Mir ist was aufgefallen vorhin. Wir sind ja, wie wir gerade schon drüber geredet haben, wir sind ja heute in Berlin in den Podimo Studios. Genau, wir sind extra dafür hierher gekommen. Genau. Weil wir dachten, wir müssen das jetzt mal machen. Wir müssen auch mal hier eine Folge aufnehmen. Ja, weil wir dachten, das ist geil. Weil wir eben auch die Chance bekommen haben, das zu machen. Ja, voll. Probieren wir das mal aus. Und ich finde es richtig cool. So, und wenn wir das wirklich so cool finden, dann gibt es dann halt bald auch unser eigenes Studium Köln. Julia, ich fände es so toll. Oh, das wäre so toll. Das wäre so cool. Richtig cool, aber andererseits auch voll anstrengend. Ja, und irgendwie auch unnötig. Wie unnötig? Ich glaube, ja auch so. Ja, das wäre so voll Geldverschwendung eigentlich. Egal, was wolltest du mir erzählen? Ja, also. Wir sind nach Berlin gekommen. Genau, wir sind nach Berlin gekommen und ich bin gestern den ganzen Tag ungeschminkt rumgelaufen, ich bin vorgestern den ganzen Tag ungeschminkt rumgelaufen und dann ist mir heute Morgen so aufgefallen, boah, scheiße, jetzt treffen mir ja die ganzen Leute, jetzt muss ich mich ja wieder schminken, wie nervig. Ja. Weißt du? Aber gestern bist du durch Berlin gelaufen und tausend Leute haben dich gesehen und da hat es dich nicht gestört. Nein, guck mal, es interessiert mich auch nicht. Ich wäre auch absolut hier ungeschminkt hingegangen, aber da ist mir dann aufgefallen und ich weiß, du kannst da überhaupt nicht relaten, aber vielleicht ganz viele, die jetzt gerade zuhören. Mir ist aufgefallen, dass wenn man eine Frau ist oder generell eine Person, die sich schminkt, also die sich so regelmäßig schminkt und normalerweise halt geschminkt ist, wenn ich jetzt jemand wäre, der sich nie schminkt, dann wäre es natürlich was anderes. Aber guck mal. Ja, es gibt auch Frauen, die schminken sich nicht regelmäßig. Genau. Ja, ich weiß. Aber wenn ich jetzt eine Person bin, die sich regelmäßig schminkt, dann kommt es, wenn man ungeschminkt zu Terminen oder Verabredungen kommt, immer so rüber, als wäre es einem nicht wichtig genug. Weißt du, was ich meine? Und das ist voll scheiße. Aber ich glaube hier nicht in Berlin. In Berlin ist alles egal. Doch. Ich glaube, du kannst hier im Schlafanzug in Berlin kommen und niemand würde denken, das ist ja total unseriös, sondern alle würden sich wahrscheinlich eher denken, oh mein Gott, der hat jetzt den neuen Style. Warum ist das an mir vorbeigegangen? War ich zu selten auf TikTok die letzten drei Tage? dass wenn ich jetzt hier im Schlafanzug ungeschminkt und mit ungemachten Haaren hingekommen wäre, dann hätte der Podimo-Chef sich gedacht, ja geil, Julia ist hier. Ich freue mich auch total. Schön, dass sie sich freut, hier zu sein. Nee, ich hätte gedacht, wäre ich eher gewesen, hätte ich einfach gedacht, oh krass, die hat jetzt irgendwas vorbereitet für einen Podcast und deswegen sieht die so aus. Ja gut, siehst du, aber trotzdem ist es ja, würde man irgendwie denken, was hat die Alte denn gemacht? Gut, wenn du in deinem Schlafanzug mit ungemachten Haaren und ungeschminkt, aber ich glaube, wärst du an sich ordentlich gekleidet, in Anführungsstrichen und halbwegs mit gekämmten Haaren quasi gekommen, aber kein Make-up drauf, dann hätte niemand sich was gedacht. Doch. Julia hat auch richtig... Normal, wenn ich ungeschminkt irgendwo hingehe, wird mir entweder gesagt, oh du siehst aber müde aus oder alle denken einfach, ich bin zwölf. Ja, okay. Weißt du? Und das ist immer doof. Ja, aber okay, das liegt dann aber auch an deinem Schlafrhythmus, daran kannst du ja was ändern. Ich habe so viel geschlafen letzte Nacht. Ich habe jetzt so einen Ring, der alles trackt, was ich mache und den trage ich auch in der Nacht immer. Wann ist das eigentlich passiert? Miri happened. Hat Miri dir das empfohlen? Nein, aber ich hatte keinen Bock mehr, meine Apple Watch zu tragen und ich muss ja meine Schritte tracken. Und mein Handy trackt die nicht richtig. Ich laufe viel mehr, als mein Handy es mir sagt, weil ich ganz oft auch ohne mein Handy durch die Gegend laufe. Ja, ja, klar. Und deswegen wollte ich wieder irgendwas, was es richtig trackt, damit ich auch auf meine 10.000 Schritte komme, weil ich ja wirklich darauf komme eigentlich. Und deswegen hast du dir diesen Ring geholt? Deswegen habe ich mir diesen Ring geholt. Und da hast du einmal so gegoogelt, so okay, ich brauche jetzt irgendein technisches Gerät, was meine Schritte ordentlich aufzeichnet und dann bist du auf den Ring gekommen? Nee, ich kannte den. Ich kannte den und dann habe ich mit irgendjemandem drüber gesprochen und der war dann so, hä, warte mal, es gibt doch diesen Ring. Und dann war ich so, oh mein Gott, ja, stimmt. Das Lustige ist halt wirklich, ein Tag, bevor du gesagt hast, hier, guck mal, ich habe jetzt den Ring, habe ich mir ein Review dazu angeguckt. Ehrlich jetzt? Und dachte mir so, will ich den jetzt auch. Aber ich könnte niemals den Ring tragen. Das würde alles an mir verändern. Das stimmt. Das würde aus mir eine ganz andere Person machen. Obwohl das eigentlich ein cooler Ring ist. Also der sieht ja, ich meine, der ist relativ dick so, für meine Hand so. Ich kann es jetzt gerade mal kurz so ein bisschen zeigen. Ja, aber das ist so ein Edelstahl-Optik-Ring, würde ich jetzt behaupten. Der ein bisschen dünner ist noch tatsächlich. Und nicht diese Kanten hat. Wie ich dir gerade diesen Ring verkaufe. Und der so gewaschenes Edelstahl hat. Ja, okay, verstehe ich. Aber egal wie, ich habe das Gefühl, das würde ich so ein Ring tragen, ich hätte direkt rechte Vibes irgendwie. Das ist so ein Ring an Männern. Ich weiß voll, was du meinst. Direkt Nazi-Vibes. Nee, nee, nee. Nicht bei Männern generell, aber bei dir. Doch, aber so ein simpler Ring. Also guck mal, wer ist jetzt so ein anderer? Halt mal das andere Ding in die Kamera. Also das ist, für alle, die gerade nur zuhören, das ist einfach so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie so ein Kunstwerk, hat so ganz viele Schnörkel. Da würde es auch nicht so Nazi-Vibes haben, aber bei so einem ganz simplen, dicken Skalring. Du müsstest halt mehrere Ringe tragen. Das ist auch das Ding, weswegen ich jetzt die ganze Zeit Ringe an meinen ganzen Fingern habe, weil ich mir so denke, nee, nur dieser. Guck mal, wenn ich jetzt nur den tragen würde, würde ich halt auch aussehen wie so eine Ehefrau. Eine Nazi-Braut. Ja, eine Nazi-Ehefrau. Oder eine Ehefrau. Quasi das Gleiche. Naja, weiß ich jetzt nicht. Ja, es war ironisch gemeint. Ja, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, der trackt meinen Schlaf, weil ich den halt auch nachts trage. Und ich habe immer 90 bis 94 Prozent an Schlafqualität. An Schlafqualität. Ja. Also ich tracke, seitdem ich meine neue Apple Watch habe, seit Mitte November auch. Und ich glaube, ich muss mal ins Schlaflabor, weil meine Schlafwerte sind wirklich katastrophal, Julia. Echt jetzt? Ja. Das ist nicht gut. Und ich kann hier eigentlich perfekt überleiten. Boah, weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Ich kann perfekt überleiten zu was ganz, ganz Schlimmem, was mir passiert ist. Weil, also wirklich, ich habe laut meiner Apple Watch, kann auch sein, die labert einfach scheiße, ne? Aber um ehrlich zu sein, fühle ich das auch so ein bisschen. Also ich bin immer fertig, wenn ich aufwache. Ich bin immer hundemüde. Ich habe ganz oft Kopfschmerzen direkt. Ja, dann hast du wirklich keine gute Schlafqualität. Und meine Apple Watch sagt mir konstant, dass ich viel zu wenig Tiefschlaf habe. Normal sind, glaube ich, so anderthalb bis zwei Stunden Tiefschlaf pro Nacht. Ich habe höchstens 40 Minuten, Julia. Was? Und es kommt ganz oft vor, dass da zwölf Minuten steht. Was? Und das Ding ist, der Tiefschlaf, ich habe mich dann natürlich auch mal ein bisschen belesen dazu, der Tiefschlaf ist dafür zuständig, dass sich die Körperfunktionen regenerieren, also quasi Muskeln sich erholen, Muskeln sich neu aufbauen, aber auch, dass sich das Immunsystem erneuert und quasi so richtig fresh wird, wie der wird. Das ist unfassbar wichtig. Egal, wie lange du schläfst, wenn du gar nicht in diesen Tiefschlaf kommst, du stirbst irgendwann. Ja, und ich habe echt chronisch zu wenig Tiefschlaf und das macht mir ein bisschen Angst. Geh mal in ein Schlaflabor. Ja, ich glaube, das sollte ich wirklich mal machen. Das ist gar nicht gut. Denn es wird nicht besser. Ich dachte so, ja, vielleicht ist einfach so stressige Phase jetzt gewesen, vielleicht wird es besser, aber entweder der Stress ist nicht gegangen. Und ich habe mir jetzt auch wirklich gedacht, vielleicht bin ich noch nicht zu 100 Prozent aus dem Burnout raus, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, weil ich merke natürlich schon, dass es Stress ist. Meine Augen, kennst du das, wenn deine unteren Lieder anfangen so zu zucken? Das ist ja auch oft so ein Stresssymptom. Ja. Ich kriege ganz oft Tinnitus wieder auf Ohren. Kennst du das, wenn du so auf einen Schlag so ein Tinnitus bekommst? Sorry, das sind alles Burnout-Zeichen. Ja, und es ist irgendwie beunruhigend. Naja, pass auf, Julia. Mein Schlaf ist katastrophal, aber der REM-Schlaf, also um das jetzt mal kurz zu erklären, es gibt ja einmal den Tiefschlaf, es gibt den Kernschlaf, den man aber auch als Leichtschlaf bezeichnen kann und es gibt REM-Schlaf. Und in dem REM-Schlaf, das heißt Rapid Eye Movement, bewegen sich die Augen ganz schnell, weil man träumt. Und das ist quasi dafür zuständig, dass man, dass sich im Gehirn so alles wieder so, es ist gut für das, kurz Zeit oder lang, irgendein Gedächtnis halt. Eins von den fünf Gedächtnissen. Wir können einfach sagen, REM-Schlaf ist gut fürs Gehirn, dass sich da alles erholen kann. Und Tiefschlaf ist eher für den Körper, für Immunsysteme und sowas. Und mein REM-Schlaf ist relativ okay, auch zu wenig, aber halt nicht in so einem kritischen Bereich wie der Tiefschlaf. Und deswegen hatte ich letztens auch, ich dachte immer, es wäre andersrum, gut du know. Deswegen hatte ich letztens auch einen absolut verrückten Traum, Julia. Und ich behaupte, dass es der weirdeste Traum meines Lebens war. Okay. Und ich bin aufgewacht und wollte nie wieder in meinem Leben einschlafen, als ich das geträumt habe. Oh nein, was ist ein Albtraum? Es war so stressig. Es war kein Albtraum, es war einfach crazy, es war verrückt. Es hat mir gezeigt, irgendwas stimmt bei dir gerade nicht. Irgendwas läuft dir gerade aus dem Ruder. Und ich möchte dir jetzt diesen Traum erzählen, okay? Hast du ihn direkt aufgeschrieben? Ich habe ihn mir direkt aufgeschrieben, aber ich hätte es nicht mal machen müssen, denn der ist so prägnant gewesen, dass ich den, ich kann ihn dir immer noch erklären. Ehrlich ist okay, das ist sehr selten. Ich habe das so oft, dass ich, ich träume sehr viel und ich träume auch so, keine Ahnung, drei bis vier Träume die Nacht tatsächlich im Moment. Also echt viel. Aber nach einer halben Stunde erinnere ich mich an gar nichts mehr. Ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht, dass ich dann auch wirklich, wenn das ein verrückter Traum war, dass ich mir den auch sofort aufgeschrieben habe. Einfach um mal für mich so Tagebuch zu schreiben, so was träumst du da eigentlich für Mist? Und ich glaube, wenn ich diesen Traum jetzt offenbare, offenbare ich auch ein bisschen zu viel über mich privat für so Leute, die Träume deuten können. Ja. Aber ich dachte mir, scheiß der Hund drauf. Oh mein Gott, bitte, wenn ihr Träume deuten könnt, könnt ihr uns bitte eine DM schreiben mit einer Traumdeutung oder mit halt irgendwie so einer, wie heißt das dann? Ja, mit einer Erklärung, mit einer Erörterung. Mit so einer Erörterung, Einschätzung über Joey und sein Sein. Fun Fact am Rande, bevor ich damals 2017 zu meiner Psychologin gegangen bin, also bevor ich mir professionelle Hilfe geholt habe, hatte ich auch einen richtig verrückten Traum und dann habe ich mit jemandem drüber geredet, der so ein bisschen sich damit beschäftigt, Träume zu deuten und diese Person meinte zu mir, dass das gar nicht gut ist, was ich geträumt habe und dass ich mit einem Problem so gar nicht zurechtkomme. Und diese Erklärung von dieser Person hat mir dann erst vor Augen gehalten, dass es wahrscheinlich ein größeres Problem ist, als ich dachte, weil ich es immer so selber so abgetan habe. Und auf Grundlage dieser Erklärung meines Traums habe ich mich dafür entschieden, mir externe Hilfe zu holen. Krass. Ja. Deswegen, vielleicht passiert es ja jetzt nochmal. Oh mein Gott, okay, ich bin sehr gespannt. Aber ich bin ja schon in Therapie, alles gut. Also pass auf, Julia. Ich habe geträumt, ich war auf einen YouTube-Videodreh-Termin. Ja, das kann schon nicht gut laufen jetzt. Also ich hatte bei meinen Eltern in der Heimat mit einer alten Schulklassenkameradin hatte ich einen Videodreh, die war irgendwie auch YouTuberin. Ja. Und ich bin da so hingegangen, bin aber mit dem Fahrrad gefahren, hat Ewigkeiten gedauert, allein das war irgendwie Stress. Und dann komme ich in diesem Ort an, wo sie wohnte und auf einmal war ich in einem Schwimmbad, komplett nackt. Was? Oh, jetzt habe ich richtig doll gespuckt. Diese fängt schon gut an, ne? Hä? Okay. Also ich war in so einem Hallenbad, wo ich auch seit Jahren nicht mehr war. Aber das gab's? Also ist es ein Hallenbad, was es gibt? Nee, gibt's nicht. Ach so, du warst einfach jahrelang in einem Hallenbad nicht mehr. Okay, verstehe. Das ist auch krass. Man träumt ja eigentlich nur von Orten, die man irgendwie kennt. Aber ganz oft habe ich das Gefühl, ich war nie an dem Ort, von dem ich geträumt habe. Dieses Hallenbad kannte ich nicht. Nee, also ich, bei mir ist es immer so, dass ich träume, die Sachen sehen ähnlich aus, wie Sachen, die ich kenne. Aber sind nie genau das. Ja, ja, stimmt. Wahrscheinlich kenne ich es irgendwie so. Naja, pass auf, ich war nackt in diesem Schwimmbad und war schon so voll gestresst, weil irgendwie wollte ich ja zu ihr Video drehen und dachte mir, was mache ich jetzt hier? So, weißt du? Und ich bin gestolpert in diesem Schwimmbad und bin auf eine Kante geknallt, auf so eine, auf eine sehr, sehr scharfe Kante irgendwie. Bin ich mit meinem Genitalbereich geknallt. Entschuldigung. Und dabei ist mein Penis abgerissen, Julia. Entschuldigung, ich will gar nicht so nur lachen. Abgerissen? Mein Penis ist abgerissen. Ich bin quasi mit meinem Pimmel auf diese Kante geknallt im Traum und dann ist der einfach so schwipps abgewesen. Und dann hatte ich den vor mir liegen. Also ich hatte meinen Schniepie dann vor mir und hab den auch, ich weiß noch ganz genau, wie ich den mit meiner Hand dann aufgesammelt habe und dachte, fuck, okay, jetzt hab ich hier, jetzt haben wir ein Problem hier. Auf einmal war dann auch Wolfgang da. Der war vorher nicht da. Mein Freund Wolfgang war dann da und hat dann auch so, ist dann auch so quasi hochgefahren, so von wegen, okay, wir haben jetzt hier eine ernste Situation, wir müssen jetzt irgendwie was tun, damit wir deinen Penis irgendwie wieder an dich drankriegen, bevor der abstirbt oder so. Man kennt das ja so. Wenn du einen Finger irgendwie verlierst, dann tust du den in Eis und dann kriegst du den aber im besten Fall wieder drangenäht. Ja. Und ich hatte das... Fühle ich auch, dass ich so lache. Ich hatte... So absurd gerade wieder. Ich stelle mir so vor, wie ihr beide nackt in einem Hallenbad steht, deinen Penis so in der Hand hat und sage, was machen wir jetzt? Vor allen Dingen hat es ja auch noch weitere Probleme, nicht nur ist der Penis ab, sondern auch euer Vergnügen ist nicht mehr da. Da habe ich in dem Moment überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich dachte eher, scheiße, ich habe doch diesen YouTube-Drehtermin. Die wartet. So besser. Ja. Die wartet die ganze Zeit. Also an Wolfgangs Stelle hätte ich mir nur so gedacht, boah, scheiße, nee, das geht nicht. Ja, dann kann ich jetzt auch direkt Schluss machen, wenn der Schnieppi jetzt ab ist. Wieso soll man das jetzt noch machen? Naja, auf jeden Fall war dann Wolfgang auf einmal da, ich hatte meinen Penis in der Hand, meinen abgetrennten Penis in der Hand komplett eingeseift, Julia. Auf einmal war über meinen ganzen Körper Seife verteilt. Du musst kurz Pause machen. Ich kann nicht glauben, was du mir gerade erzählst. Du sitzt hier so ganz normal. Julia, weißt du, wie ich fertig mit meinem Leben, als ich aufgewacht bin? Du erzählst so von der Situation. Ich stand dann da komplett nackt, hatte meinen Penis in der Hand, plötzlich war ich eingeseift. Aber pass auf, jetzt wird es absurd und nicht mehr lustig, sondern wirklich so, dass man sich denkt, hm, hol dir mal Hilfe. Ich denke mir gerade schon, hm. Ähm, pass auf, ich war dann eingeseift so und dann war ich so, fuck, ich muss erst mal die Seife runterkriegen. Fun fact, ich war, ich war, immer noch deinen Penis in der Hand. Natürlich hatte ich den immer noch in der Hand und ich war nicht voller Blut oder sowas. Also theoretisch würde man ja denken, irgendwie das blutet da unten. Das war gar nicht. Ich war wie so Ken. Weißt du? Ja. Ich hatte einfach nichts mehr da unten. Ich will gar nicht lachen. Ich will wirklich nicht lachen, weil du halt die ganze Zeit sagst, wie ernst das glaubst du ist. Ja, also, ich war eingeseift. Dann hat jetzt Wolfgang zu mir gesagt, okay, dann suchen wir uns erst mal duschen. Im Schwimmbad gibt's Duschen. Und dann sind wir, ähm, relativ umständlich irgendwann bei diesen Duschen angekommen. Und das war so eine typische, da sah aus wie in den Saunas, wo ich, ähm, wo ich halt so bin. So, weißt du, da sind ja auch nackte Menschen, die sich da duschen. Und ich meine jetzt nicht diese, also ich meine ganz normale Sauna. Ja, ja, klar. Trotzdem sind in den Bades, also in den Duschen da halt nackte Menschen, die sich duschen. Ja. Da waren ganz, ganz viele nackte Menschen in der Dusche drin und davor, die sich gerade abgetrocknet haben. Ich komme nackt eingeseift dazu. Und die Leute, die vor der Dusche standen und sich schon abgetrocknet hatten, sind auf einmal richtig hochgefahren, als sie gesehen haben, dass ich einen Penis in der Hand habe. Und dann meinten die so, ach du Scheiße, oh Gott, das ist ja deiner, fuck, wir müssen jetzt handeln. Und auf einmal waren das Ärzte. Also, die haben den Ernst der Situation gecheckt im Gegensatz zu dir, ja. Den Ernst der Lage. Den Ernst der Lage. Ja, okay. Und die meinten dann so, okay, scheiße, wir müssen wirklich jetzt handeln. Es ist ganz wichtig. Okay, aber weil es Ärzte waren oder weil in dieser Welt, in der du da warst, das wirklich ein ernsthaftes Problem ist? Nein, das waren schon Experten. Ob das jetzt ÄrztInnen waren oder, also ich weiß nicht, was es waren, aber die hatten Ahnung davon, was man tun muss, dass der Penis wieder an seine Stelle kommt. Okay. Bevor er abstirbt. Okay, also es ging darum. Genau. Es war jetzt nicht irgendwie so, weil in dieser Welt es so ist, dass das bedeutet, dass du irgendein Problem hast. Nein. Okay. Ey, guck, wie? Und die meinten dann zu mir, okay, Joey, pass auf, das wird jetzt sehr unangenehm, aber damit der Penis wieder an den rechten Fleck lebendig drankommen kann und das wieder alles funktioniert, müssen wir mehr Fleisch aus deinem Genitalbereich schneiden. Was? Und dann habe ich mich da quasi wie beim Gynäkologen hingelegt auf den Boden, auf den Rücken, meine Beine breit gemacht und dann haben die mir, ja, und dann haben die mir Fleisch aus meinem Genitalbereich geschnitten, so Steakstücke. Und jetzt wird es richtig weird. Joey, was? Die haben dann zu mir gesagt, damit dieses Fleisch quasi aktiviert wird, um es wieder an mich dran zu nähen mit meinem Penis, muss ich das in den Mund nehmen und so da dran so saugen oder dran pusten. Irgendwas musste ich machen. Ich musste irgendwas mit meinem Mund an diesem, an meinem Fleisch machen. Und dann haben die mir das wieder weggenommen und haben das dann in eine Tüte mit meinem Penis gepackt, mit Eis. Und auf einmal gab es einen Switch und ich saß beim Frühstück. Und ich war immer noch nicht im Krankenhaus. Ja, ich sag doch, es nimmt eine komische Wendung. Aber wir müssen da jetzt durch, Julia. Ich erzähle jetzt meinen Traum zu Ende. Ach so, warte mal. Okay, warte, also das ist immer noch der Traum. Das ist immer noch, hä? Du saßt, ich dachte, du meintest jetzt so, ähm. Nee, nee. Ja, und dann bin ich aufgewacht, dann bin ich zum Frühstück gegangen und hab mir gedacht, hä, was hab ich da gerade geträumt? Im Träumen gibt's doch oft so Momente, das checkst du im Traum nicht, dass es auf einmal eine ganz andere Situation ist, aber dann irgendwie, äh, tatsächlich gibt's auf einmal so ein Timeshift. Okay, also das war die letzte Situation, die du hattest und das warst du beim Frühstück. Aber immer noch im Traum. Ich hatte mein Genitalfleisch im Mund und dann, und eine Sekunde später dass der Penis gerade safe in dieser Tüte liegt. Und irgendwie muss das wahrscheinlich so gewesen sein, dass die Leute mir gesagt haben, du musst jetzt noch kurz was essen, damit du stark genug bist für die OP oder so. Okay, also war es einfach so ein Timestamp, der gekriegt hat. Genau, genau. Aber es war immer noch die gleiche Story und alles. Und ich hatte, bis dahin hab ich das alles über mich ergehen lassen. Ey, Joey, das ist sowieso schon total krass, dass du, ähm, dass du so eine lange Geschichte träumst. Normalerweise hat man ja immer nur so Mini-Teile an Träumen, weißt du? Ja, aber das hat sich im Traum angefühlt wie ein ganzer Tag. Ja, das erzählt sich auch gerade wie ein ganzer Tag. Die Podcast-Folge ist gleich vorbei. Das ist wirklich eine richtig lange Geschichte. Ja. Also du hast viel geträumt. Und dann saß ich am Frühstückstisch und auf einmal haben mich meine Eltern angerufen. Ja. Und dann habe ich, und dann wollten die irgendwas Banales von mir. Und ich so, es tut mir total leid, aber ich kann jetzt gerade nicht. Mein Penis ist abgerissen und ich muss jetzt gleich operiert werden. Und mein Papa, Ich kann das alles nicht mehr. Mein Papa hat am Telefon einfach das wegignoriert und meinte so, ja, ja, aber hier, die eine Sache und hat dann weitergeredet. Und dann habe ich im Traum ein Heulkrampf. Was ganz anderes hat er dann weitergeredet. Ja, der wollte einfach irgendwas von mir wissen oder dass ich irgendwas mache oder sowas. Ja. Und dann habe ich im Traum einen Heulkrampf bekommen und einen Nervenzusammenbruch und davon bin ich wach geworden. Und dann war es so, wirklich, ich bin wach geworden. Es war morgens um fünf und ich dachte so, ich möchte nie wieder in meinem Leben einschlafen, weil das war das Verstörendste, was ich jemals geträumt hatte. Das ist auch wirklich richtig verstörend. Ganz ehrlich, diese Story gerade, kennst du noch Happy Tree Friends? Ja. Das klang gerade wie eine Story aus Happy Tree Friends. Ja, das stimmt. Weil da wurden doch auch immer irgendwelche Sachen abgerissen. Diese Stofftiere geschlachtet. Aber so aus dem Nichts, aus dem Nichts, weil das waren so, das waren so kleine süße Stofftiere, die in so einer rosanen Welt waren und so hihihihaha und dann plötzlich aus dem Nichts wurde dem einen so ein Auge rausgerissen oder irgendwas, keine Ahnung, Gestörtes ist passiert. So, das war gerade so. Ja, ja. Ja, also das, das am Ende, dass mein Vater irgendwie nicht so, dass der mich angerufen hat und irgendwas von mir wollte, das lag daran, dass ich jetzt gerade bei meinen Eltern zu Besuch war, weil die im Urlaub waren. Und ich habe auf die Hunde aufgepasst. Ja, und dann haben die immer wieder angerufen und wollten irgendwas wegen den Hunden oder was? Ja, genau. Na quasi, die waren ja auch nur bedingt erreichbar im Urlaub. Ja. Und deswegen war das wahrscheinlich dann noch so mit reinverarbeitet. Aber warum ich jetzt meinen Penis verloren habe, warum extra Fleisch aus mir rausgeschnitten werden musste, lauter so eine Kacke, keine Ahnung. Und ich habe alles über mich ergehen lassen. Ich so, ja komm, machen wir. Machen wir. Okay, Seife muss jetzt abkommen, gehen wir zur Dusche. Ja, und Wolfgang war dann irgendwann auch einfach weg oder der war einfach die ganze Zeit so dabei? Ich weiß gar nicht, beim Frühstück dabei saß. Weiß ich nicht mehr. Hey, krass. Und der war auch irgendwie, der hat mir auch nicht die Hand gehalten, als mir das Fleisch aus dem Genitalbereich geschnitten wurde. Aber tat es weh? Kann man im Traum fühlen? Nee, ne? Nee, kann man nicht. Gut, weil das wäre echt schmerzhaft gewesen. Aber ich muss auch betonen, auch wenn ich ganz viel Scheiße träume, ich habe auch schon richtig krasse Träume gehabt. Ich hatte schon mehrfach den Traum, dass ich fliege, indem ich so Schwimmbewegungen mache. Und ich bin wirklich durch die Luft geflogen damit. Hattest du schon mal so luzide Träume? Dass ich das quasi steuern konnte? Dass du das quasi steuern kannst, was du machst? Weil das würde ich so gern mal haben. Nicht bewusst auf jeden Fall, nee. Ich auch nicht. Ich hatte nur ein paar Mal halt so Schlafparalysen, dass es sich so angefühlt hat, als wäre es wirklich echt, was gerade passiert und als wäre ich wach. Das habe ich auch schon mal im Traum, im Podcast erzählt, vor einem Jahr oder so. Ja. Dass meine Schwester mal so vor mir stand und mich ersticken lassen hat oder so. Und dann bin ich aufgewacht, also beziehungsweise habe ich einmal geblinzelt und plötzlich war sie weg und ich konnte wieder atmen. Obwohl es sich die ganze Zeit so angefühlt hat, als hätte ich die Augen aufgehabt, aber hatte ich anscheinend gar nicht. Aber sie war ja auch nicht da, die war in der Schule. Hast du das nicht auch so ein bisschen, dass du schlaf wandelst oder ist das gar kein Thema bei dir? Das hatte ich früher. Also ich habe das auf jeden Fall nicht mehr, denke ich. Weiß ich ja nicht, ne? Aber also mir hat das jahrelang niemand mehr gesagt, dass ich mit einer Frau im Schlaf wandle. Ich habe auf jeden Fall schon öfters so im Schlaf geredet. Das mache ich, glaube ich, manchmal. Ich weiß nicht, ob ich das immer noch mache. Aber bei mir war immer nur Schlafparalyse ein Ding und als Kind bin ich einmal schlafgewandelt und wollte dann so, ich habe so meine Decke genommen und mein Kissen, also wirklich mein komplettes Bettzeug, wollte so aus der Haustür raus und bin so die Straße ist schon lang gelaufen. Also ich gehe jetzt nach Hause und meine Mama musste mich zurückholen. Stimmt, das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, creepy. Das ist mal passiert und danach durfte ich nicht mehr auf dem Dachboden schlafen. Ich hatte nämlich, in meinem alten Zimmer hatte ich so einen kleinen Dachbodenteil, wo mein Bett war und ich hatte aber so eine Leiter dahin und dann hat sie mir nicht mehr erlaubt, da zu schlafen, weil sie Angst hatte, dass der runterfall, wenn ich schlaf wandle. Verständlich. Aber ich habe das, weil ich mich ja viel zu Tiefschlaf belesen habe, das passiert auch im Tiefschlafschlaf zu wandeln. Ja? Ja, also es passiert nicht im Kern oder in der REM-Phase. Das ist richtig gruselig. Wo du dir auch denkst, hä, im Tiefschlaf stelle ich mir so vor, dass du wirklich so weg bist, dass gar nichts geht. Aber es ist ja wirklich so. Du checkst ja, obwohl du dich bewegst, obwohl Leute mit dir reden und so, checkst du nicht, dass du schläfst, wenn du schlaf wandelst. Boah, ich will meine Doku über Schlaf wandeln gucken. Weil ich finde das total spannend. Und ich will mir mal so eine App runterladen, um zu gucken, ob ich rede nachts. Jetzt hast du mich gerade getriggert damit. Stimmt, das gibt's auch. Mich so aufzeichnet. Aber ich weiß noch. Ich hab das mal gesehen bei TikTok von so einer Person, die so hart geschnarcht hat und so richtig dumme Scheiße geschrien hat. Das war so witzig. Also bei mir, ich hatte mal so eine App oder irgendein Gerät hat das auf jeden Fall mal aufgezeichnet. Irgendwie hatten wir das schon mal. Und das einzige Geräusch, was dann immer wieder kam, weil das spult ja dann immer so zu den Teilen vor, wo irgendwas passiert ist, wo irgendein Ton kam. Und es gab irgendwie in der Nacht vier durch Wolfgang ausgelöste Pfürze einfach. Ja, genau. Da kommen einfach so riesig fette Pfürze, die keiner hört. So, das war's dann so. Oder so Schnarcher oder so. Einfach nur vier Pfürze, das war's. Aber ist ja grundsätzlich was Gutes. Ja, das ist grundsätzlich gut. Ich weiß aber auch nicht, also ich frage mich wirklich, wie das funktioniert. Dass du so pennst und dass du auch wirklich am nächsten Tag so ausgeschlafen bist dann. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Während du aber so Sachen machst die ganze Zeit. Wenn du, also Schlafwandel passiert im Tiefschlaf, aber ist der Tiefschlaf genauso effektiv, wenn du Schlaf wandelst und so, also tatsächlich so dich bewegst und sowas? Kann ich mir nicht vorstellen, weil du tust ja trotzdem was. Du ruhst dich ja nicht aus. Also wenn Schlafexpertinnen unter euch sind, die vielleicht auch in einem Schlaflabor arbeiten, meldet euch gerne mal. Ich brauche eh einen Termin bei euch. Vielleicht kriege ich den ja dadurch früher oder so. Ja, ich finde das wirklich total spannendes Thema. Ja. Ich habe so viele Fragen dazu. Tja, schreib die mal auf. Ich versuche die zu klären dann, wenn ich dort bin. Machen wir. Weil ich glaube wirklich, I need it. Ja, ich glaube auch, you need it. Also spätestens nach dem Traum brauchst du es. Eigentlich sowieso schon wegen deiner 40 Minuten Analysen, aber ja, krass. Ich will jetzt auch so eine App haben. Lass uns mal machen. Ja. Julia, ich habe heute ganz viele so kleinen Scheiß, den ich mit dir besprechen muss. Ich habe, das war jetzt die längste Story. Na komm, dann machen wir einen kleinen Scheiß von dir und dann kommt wieder einen kleinen Scheiß von mir. Ich war gestern bei einer Massage. Schon wieder? Wieso schon wieder? Du bist oft bei einer Massage. War einmal. Wir reden öfter über Massagen. Ja, und dann letztes Jahr, als wir in Berlin waren, waren wir auch bei einer Massage. Wieso oft bei Massagen? Also du? Ja, so oft ist es jetzt nicht. Okay. Aber ja, schon öfters mittlerweile. Was ist bei deiner Massage passiert? Nee, die war richtig gut. Also ich fand die ganz toll, aber da ist mir dann aufgefallen, wie weird eigentlich Massagen sind. Dass du eine fremde Person, dein Körper... Ja, wie komisch ist das eigentlich? Du gehst in einen Raum, also das ist ja wirklich, du redest ja eigentlich kein Wort mit der Person fast. Du sagst, hallo, was ist dein Problem, wenn überhaupt? So, ne? Also von wegen, ich hab Schmerzen im Unterrücken mäßig. Wo hast du die meisten Verspannungen? Da? Da. Okay. Wie fest? So. Okay. Das ist ja das meiste, wenn überhaupt so, ne? Und dann musst du dich eigentlich komplett... Also die Person geht raus, du ziehst dich komplett nackt aus, außer deine Unterhose. Ich wollte gerade sagen, komplett nackt? Ja, fast halt. Doch, ich war auch schon mal komplett nackt. Ja? Ja, aber das war quasi die Massage bei einer Sauna. Da war ich ja eh nackt, weißt du? Naja. Ja, stimmt. Doch, das hatte ich auch mal. Ja, du ziehst dich quasi komplett nackt aus und dann kommt diese fremde Person wieder rein, während du deinen Kopf schon in diesem Teil da hängen hast. Stimmt. Du siehst die Person dementsprechend fast eigentlich gar nicht. Könnte dir dann auch irgendwas im Pops stecken, ne? Könnte keine Ahnung was machen. Ja. Und dann fasst die einfach eine Stunde lang deinen kompletten Körper an. Ja. Dann ist sie fertig. Hast du schon mal so Sexual Vibes bekommen dabei dann? Mäßig? So von wegen... Dass ich das geil fand. Nee, aber... Und mir dachte, komm, spring mit drauf. Aber das ist nicht so... Spring mit drauf. Aber dass es sich für dich kurz so sexuell angefühlt hat. So von wegen... Ih, warte mal. Irgendwie, dass der mich jetzt gerade so anfasst, das fühlt sich so an, als würde der jetzt gleich auf mich drauf springen wollen. Nee, aber ich hatte auch noch nie einen attraktiven Masseur. Okay. Einen für dich attraktiven Masseur. Ja. Natürlich für mich. Ja. Logischerweise. Eine Freundin von mir hatte das. Als wir da mal in Berlin waren und die Massagen hatten. Das habe ich dir doch erzählt. Das... Warte. Ja, Begüm. Ja, aber die war dann so richtig into und dachte sich so, komm, spring drauf. Nein. Aber das war... Da war das... Die hatte ein komplett anderes Experience als ich, weil die hatte so einen attraktiven Typen und ich hatte so eine kleine Omi. Ja. So weißt du das noch? Aber ich glaube, ich will bei einer Massage, weil die ist ja nicht dafür da, dass du Sexual Vibes empfindest. Eben. Ich will da niemanden haben, den ich irgendwie super attraktiv finde. Ich auch nicht. Ich finde das ganz unangenehm. Deswegen für sie war das auch eher unangenehm, glaube ich. Ja, ne? Das ist toll. Ich glaube, ich würde mich da nicht drüber freuen. Nee. Wenn so ein super hotter Typ da auf einmal ankäme und ich mich gar nicht darauf konzentrieren kann, dass ich ja eigentlich die Verspannung in meinen Schultern gelöst haben möchte. Ja, aber du siehst ihn ja eigentlich eh nicht. Ja, aber ich fühle ihn die ganze Zeit und ich habe ihn am Anfang gesehen und dann stelle ich mir Dinge vor. Oh, okay. Ja, gut. Das stimmt. Also stelle ich mir vor. Also denke ich mal. Würdest du... Ist ja noch nicht vorgekommen. Ja. Nee, ich hatte jetzt auch wieder so eine kleine Omi. Also so eine Frau halt. So eine kleine 95-Jährige. Ey, die hat Trauerkraft, du. Nee, und dann ist es ja so, dann ist die irgendwann fertig, dann sind die 60 Minuten um und dann ist es so, dann hört die plötzlich auf, sagt, bitteschön und geht raus. Ja. Dann ziehst du dich an, gehst raus, bezahlst und gehst. Das ist wirklich. Siehst die Person nie wieder. Hä? Die hat gerade eine Stunde deinen Körper überall, also fast überall angefasst. Das ist ein ganz weirdes Unterfangen. Und eingeölt. Ich verstehe es auch nicht. Total komisch. Ich mag das auch nicht. Das ist ein seltsamer Job. Ich habe das jetzt bei der letzten Massage, die war letztes Jahr im Oktober, habe ich für mich festgestellt, das ist nichts für mich. So, das bringt mir nichts. Es ist für mich in Gänze irgendwie unangenehm, diese Situation. Echt? Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich möchte keine Massagen mehr haben. Ach so, aber das war, weil die Person dich dann kannte auch wieder. Nee, das war auch einfach so. Also es war okay, auch dass sie mich kannte, war im Endeffekt nicht irgendwie super weird, weil sie hat es auch erst am Ende gedroppt. Ich glaube so inzwischen, dass es auch gut so war. Aber du hast doch die ganze Zeit gedacht, die findet dich komisch oder denkt, du stinkst oder so. Ja, ich habe halt gedacht, sie hat Probleme, mich zu massieren, weil ich ihr irgendwie nicht gepasst habe. So, aber im Endeffekt war es nur, dass sie komisch geguckt hat, weil sie mich kannte. Ja. Aber dieser gesamte Prozess, auch unabhängig davon, ob sie komisch geguckt hat oder nicht, war so, brauche ich jetzt nicht. Löst in mir eher was Unangenehmes aus, als dass es mir was bringt. Okay, aber weil es eine fremde Person ist oder weil du einfach es unangenehm findest, so angefasst zu werden? Ich glaube einfach, dass der positive Effekt einer Massage bei mir noch nie angekommen ist. Also ich habe mich danach noch nie so revitalisiert gefühlt, weißt du? Weil entweder, ich hatte bisher beschissene Massagen, aber ich hatte auch schon eine Thai-Massage, ich hatte schon mal so eine Sportmassage, ich hatte schon alles Mögliche. Und es war nie geil? Es war nie geil. Massiert Wolfgang dich manchmal? Nee. Sollte er immer machen. Mein Wellness ist einfach so, in so eine viel zu heiße Sauna mich reinzusetzen, so einen Aufguss zu ertragen, danach noch zu warten, bis alle anderen raus sind, bis ich wirklich das Gefühl habe, ich fall gleich um und dann in so ein eiskaltes Becken, also erst mich abzuduschen und dann so ein eiskaltes Becken, was irgendwie minus 10 Grad hat, da reinzugehen und danach fühlt sich dein Körper so krass, dein Herz rast, deine Haut kribbelt und du machst die Augen zu und alles dreht sich. Das ist für mich der krasseste Wellness-Effekt, den ich haben kann. Das ist aber auch mit so viel Überwindung einfach verbunden. Ich weiß nicht, habe ich das erzählt, dass ich es in Thailand gemacht habe? Die Sauna? Nee, ich war beim Boxen und danach sind wir ins Eisbad gegangen. Ah ja. Und das war auch, also das war erstmal richtig krasse Überwindung. Ich bin da zwar einfach reingestiegen, weil alle haben mir zugeguckt. Ich war so, ich bin total cool, das ist gar kein Problem für mich. Dann bin ich aber einfach so da reingegangen, als wäre gar nichts. Hab mir innerlich aber gedacht, Junge, ich sterbe gleich. Und die ersten paar Sekunden konnte ich auch gar nicht richtig atmen. Du bist immer so, du musst richtig deine Atmung so kontrollieren zu lernen. Das ist total heftig. Und ich dachte erst so, ich hyperventiliere gleich, weil es halt so kalt war und ich nicht so kontrollieren konnte, wie ich atme. Und dann aber, als ich da rausgekommen bin, nach so einer Minute oder so, also ich habe es direkt eine Minute geschafft, da war ich auch ganz schön stolz. Ja, krass. Hat sich die Haut und mein ganzer Körper so krass angefühlt. Ich habe das noch nie gespürt. Es war wie so ganz viele kleine Nadelstiche, aber so geil. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie neu geboren werden, habe ich das Gefühl. Es ist so krass für mich. Und dann auch wirklich so, nach so einer Sauna hast du so mindestens fünf bis zehn Minuten diesen Effekt dann, je nachdem, wie krass der Saunagang war, und dann sich irgendwo hinzulegen, einfach Augen zu und diesen Moment zu genießen. Ich glaube, das sind die schönsten Momente in meinem Leben. Naja, aber es ist doch super, wenn du das gefunden hast. Ich muss unbedingt diese Woche noch in die Sauna gehen, merke ich gerade. Das brauche ich mal wieder. Ich hätte schon wieder Bock auf eine Massage. Okay, Julia, ich hatte letztens einen komischen Gedankengang. Man könnte es schon wieder Kiffermoment nennen. Du hast zu viele Kiffermomente im Moment. Ich kiffer aber nicht. Ich schwöre es dir. Ich bin zu 100% sicher. Kleiner Finger Schwur? Kleiner Finger Schwur, aber deluxe. Ich mache sogar mit großem Finger nochmal Schwur. Okay, gut. Alles klar. Bin ich beruhigt. Du kennst doch Ernie und Bert von der Sesamstraße, ne? Klar. Ist dir jemals bewusst gewesen, dass das zwei männliche Personen sind, die in einem Haushalt wohnen? Ja. Das sind zwei Männer, die zusammen wohnen? Und das impliziert, dass sie schwul sind. Und das ist ja jetzt nichts, also ich weiß nicht, ob du da schon jemals drüber nachgedacht hattest, aber ich habe da schon öfter mal mit jemandem drüber geredet, also öfter mit Leuten drüber geredet und da war das irgendwann so, ja stimmt, ja stimmt, die sind wahrscheinlich schwul. Und man kann das auch googeln und es gibt auch ganz viele Gerüchte, es gibt Reddit-Foren darüber, ob die jetzt in der Schule sind oder nicht. Natürlich gibt es Reddit-Foren. Worüber gibt es das nicht? Und ich habe das jetzt auch nochmal gegoogelt und tatsächlich hat 2019 sich der Autor von Ernie und Bert, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob der nur Ernie und Bert geschrieben hat oder die gesamte Sesamstraße, aber der hat sich dazu geäußert. Und er ist auch schwul und hat gesagt, er möchte die gar nicht in den sexuellen Kontext bringen, deswegen sagt er nicht, die sind schwul, aber für ihn sind es zwei männliche Personen, die zusammenleben und sich lieben. Oh, aber das finde ich voll schön. Genau, also kann man sagen. Also hat er einfach gesagt, ich will das normalisieren. Ja, quasi, quasi. Das waren halt so einfach so seine Geschöpfe, die er da erfunden hat. Was aber für die Zeit eigentlich, ne? Ja, ne, seit den 70er Jahren gibt es das. Aber es war halt irgendwie auch nie so ein Thema. Es ist halt so, dass Ernie und Bert zusammenleben. Stimmt, da hat nie jemand drüber geredet. Ich weiß noch, dass irgendwann die Teletubbies abgesetzt wurden oder so, weil die angeblich schwul machen. Hast du das mal gehört? In Amerika war das irgendwie so. Ich dachte, du fragst, hast du das mal geguckt? Das würde alles erklären, Joey. Ne, ich hab das ja auch geguckt. Ja, du kannst ja nicht schwul werden. Ja, aber ich könnte trotzdem gay werden. Ja. Heterosexuell. Ne, homosexuell. Homosexuell. Ich so, gar keinen Plan. Ja, so, sag mal, hast du dich nochmal damit beschäftigt? Ja, aber das weiß ich nicht. Das müssen wir nochmal googeln, ob das wirklich stimmt, dass das in Amerika abgesetzt wurde, weil es schwul machen könnte. Irgendwie sowas hab ich gehört. Ich weiß aber, das ist so eine britische Kinderserie. Auf jeden Fall hat er quasi gesagt, weil es eine Kinderserie ist, möchte der da überhaupt jetzt nicht das Label irgendwas Sexuelles draufsetzen. Aber es sind zwei Männer, die zusammen sind und, äh, die zusammenleben und sich lieben. Julia, warum guckst du so verstört? Ich hab gerade eingegeben, Teletubbies machen schwul. Und ich, bei dieser Formulierung gerade, hier ist ein Artikel von 2010, die polnischen Kinder können aufatmen. Die Teletubbies sind entgegen den amtlich geäußerten Anfangsverdacht offenbar doch nicht schwul. Hä? Ach du Scheiße. Sie können aufatmen. Vor allem 2010. Der amtlich geäußerte Anfangsverdacht. Sie sind doch nicht schwul. Sie können aufatmen. What the fuck? Wir haben einiges geschafft in den letzten 14 Jahren. Ja, stimmt, wenn man sich überlegt, was sind, aber guck mal, also in Polen kannst du ja auch nicht mit Deutschland vergleichen, was manche solche Gesetze angeht, wenn du auch so auf Abtreibungsgesetze und sowas achtest, deswegen. Naja, anderes Thema. Julia, bitte hör jetzt auf zu googeln, das stresst mich. Entschuldigung, aber hier steht jetzt auch wieder, Tinky Winky ist ein weiblicher Junge und Po ist ein männliches Mädchen. Was ist denn ein männliches Mädchen und weiblicher Junge? Geht mir schon wieder auf den Sack. Dieses, hä, und das für die Stereotypen lastige Medien wirklich eine zielliche Revolution. Hä, verstehe ich einfach nicht. Egal. Okay, gut. So, Julia. Oder maskulines Mädchen einfach, weißt du? Ja, ist ja das quasi, aber was ist … Ja, aber das meinen sie einfach damit, dass Po ein maskulines Mädchen ist. Aber das ist ja auch dann wieder sowas, wo du drüber streiten kannst, weil das ist ja auch nur auf Stereotype bezogen. Ja gut, aber die Eigenschaften maskulin und feminin sind ja nun mal da so. Ja, aber dann müsstest du dazu sagen, stereotypisch maskulin beziehungsweise feminin. Stimmt. Weil, also guck mal, das passt jetzt gerade dazu. Wir reden gleich weiter über Ernie und Bert. Jetzt mach das zu jetzt, Julia. Sorry. Das fress mich. Ich hab letztens auf Instagram, ich folge quarks.de, heißt es glaube ich. Ja. Und da sind ja ganz oft so wissenschaftliche Studien, die da irgendwie aufgezeigt werden und so weiter. Und da wurde letztens der Unterschied erklärt zwischen Männer- und Frauenfreundschaften. Also wie Frauen untereinander Freundschaften ausleben und wie Männerfreundschaften ausleben. Im Normalfall. Genau. Und zwischen zwei Männern ist in der Regel eine Freundschaft oder setzt sich daraus zusammen, dass man gemeinsam Hobbys nachgeht. Also zum Beispiel beim Volleyballspielen oder beim Fußballspielen und dass man quasi aktiv eine Tätigkeit tut zusammen mit seinem Freund. Und bei Frauen ist es darüber reden oder was? Irgendwo dazu sollen sich wohl Frauen eher einfach treffen, sich gemütlich hinsetzen und einfach stundenlang quatschen. Und dann dachte ich, okay, also ich kann ganz deutlich meinen Penis erkennen, wenn ich an mir runterschaue, aber meine Freundschaften sind dann doch eher so wie bei den Frauen. Also das erklärt wieder, warum so... Aber das ist auch Quatsch. Stereotypisch männlich und stereotypisch weiblich ist halt auch wirklich nur Stereotyp und entspricht nicht der Wahrheit. Es ist einfach so, seid wie ihr sein wollt. Alle Männer, die gerade zuhören, schreibt mal bitte, falls ihr bei YouTube guckt, in die Kommentare, was eure Freundschaften eher sind. So dieses stereotypisch weibliche oder stereotypisch männliche, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten Männer wirklich nur diese Freundschaften haben. Das ist doch total unerfüllend. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es so ein bisschen daher kommt, aus so, wie sagt man, so internalisierte Homophobie. So, wenn du nicht schwul wirken willst, dann rede bitte mit deinem Kumpel nicht zu doll. Ja, das kann sein, aber ich meine... Und spiel lieber mit ihm Fußball, weißt du? Ja, das ist ja Quatsch. Ich kann mir vorstellen, dass... Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber die meisten, die haben doch trotzdem das Bedürfnis, miteinander zu reden und so. Und selbst wenn die nach außen hin so tun, als wenn die so richtig cool und maskuline, so, dann... Die machen das doch trotzdem. Wenn die sich zum Zocken treffen, labern die doch... Guck mal, es gibt Menschen, die machen Probleme mit sich selber eher aus. Es gibt Menschen, die müssen viel mehr darüber reden, wie zum Beispiel ich. Aber das gibt es genauso bei Frauen wie bei Männern. Das ist ja einfach, was für ein Typ Mensch. Du weißt nicht, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Und darum geht es mir ja. So, jeder Mensch ist irgendwie anders, hat bestimmte Eigenschaften, bestimmte Züge. Und wir Menschen tendieren nur dazu, es unbedingt aufs Geschlecht zurückzuführen. Und das ist in den meisten Fällen aber völliger Quatsch, wenn man über den Tellerrand hinaus schaut. Genau. So, darüber wollte ich gar nicht reden. Ich wollte darüber reden, dass Ernie und Bert eigentlich schwul sind. Da bist du aber abgedriftet. Genau. So, weil dieselben Vibes zu 100 Prozent empfinde ich auch bei Timon und Pumba. Und ich wollte jetzt mit dir darüber diskutieren, wie du dazu stehst. Weil für mich sind Timon und Pumba auch ein Paar. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Ja? Für mich sind das beste Freunde. Für mich sind das beste Freunde mit Benefits. Friends with Benefits. Dann sind sie aber kein Paar. Ich würde auch eher sagen, die sind Friends with Benefits. Weil, also ich meine, in der perfekten Beziehung, die man sich so vorstellen würde oder die man sich wünschen würde, dann bist du auf jeden Fall so albern und Best Friends mäßig miteinander. Mhm. Aber die beiden geben mir zu doll beste Freunde Vibes. Aber die verbringen ihr gesamtes Leben miteinander. Die essen zusammen, die reisen zusammen. Die gibt es nicht allein. Die machen nichts im Alleingang. das auch als beste Freunde machen. Du musst ja nicht zwangsläufig in einer Liebesbeziehung sein. Auch beste Freunde brauchen manchmal kurz Auszeit oder Zeit mit ihrer Familie. Aber die sind für sich gegenseitig Familie. Aber guck mal, das sind ja zwei verschiedene Tierarten. Das geht ja gar nicht. Und das war auch, als ich das gegoogelt habe, Julia. Wenn du jetzt wieder das so auch realistisch siehst. Ja, also. Als ich das gegoogelt habe, war das der Grund, warum sie nicht schwul sein können. Ja, der eine Penis ist zu klein, der andere zu groß. Zwei unterschiedliche Spezies, wo ich mir dachte, einfach mal über den Tellerrand hinausschauen. Okay, sorry. Aber ich will jetzt auch nicht. Wir wollen jetzt hier nicht mit Speziesmischung anfangen, okay? Nee, ist auch glaube ich, ich möchte das jetzt hier nicht supporten. Das ist verboten und gefährlich, nicht gut. Das macht man nicht. Aber es ist ein Zeichentrickfilm und ich finde, die passen einfach zusammen und ich finde das schön, wenn die zusammen wären. Ja, es ist ein Zeichentrickfilm. Und eine Serie. Und die habe ich geliebt als Kind. Ja, lass sie einfach beste Freunde sein. Meinetwegen können sie ganz viel Liebe füreinander empfinden. Aber lass sie einfach. Ja, stimmt. Es geht zu weit. Ja, es geht zu weit. Aber Ernie und Bert, ja, ich weiß nicht, was die überhaupt sind. Die sind die gleiche Spezies, ne? Ja. Okay. Die dürfen schwul sein. Die dürfen schwul sein. Okay, das dürfen wir. Lass sie mir ab. Die beiden sind schwul. So, deren Homosexualität supporten wir. Die von Timon und Pumba leider nicht. Sollen sie alle machen, was sie wollen. Ach, jetzt auf einmal wieder. Naja, ja. Wenn sie es beide wollen, dann dürfen sie. Wenn beide cool damit sind. Die können ja beide sprechen. Sie können beide ihre Empfindung ausdrücken. Stimmt. Genau. Dann ist sie dann in Ordnung. Also wenn sie drüber gesprochen haben und beide cool damit sind. Dann können sie machen, was sie wollen. Genau. So, darauf möchte ich jetzt einen Händeschlag. Wundervoll. Finde ich schön. Finde ich auch schön. So, Joey, hast du noch irgendwas anderes zu erzählen? Ich habe noch was anderes, ja. Ehrlich? Okay. Das ist alles so, ähm. Random, ne? Ja, so random, aber so ganz anders als sonst. Das sind so Anekdoten und Sachen, worüber wir Meinungen haben können und nicht so Erzählungen oder wo wir auf die Fresse geflogen sind. Ich fand es auch ganz komisch, aber ich habe in der letzten Woche ganz, ganz viele Momente gehabt, wo ich einfach so in Gedanken abgedriftet bin und dann einfach gedacht habe, da will ich mit Julia drüber reden im Podcast. Hatte ich lange nicht mehr so für so random Themen. Ja, ich auch. Wir haben was für euch raushandeln können. Genau. Es gibt ja alle zwei Wochen eine kleine Bonus-Episode von uns, ein sogenanntes Böhnchen und man kann bei Podimo unsere neue Folge auch schon immer montags in der Woche hören, anstatt freitags, wo sie überall anders rauskommt. Und wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren, ohne was zahlen zu müssen, dann habt ihr jetzt über den Link in unserer Beschreibung, also in den Shownotes als auch in der Videobeschreibung bei YouTube, die Möglichkeit, das Ganze für ganze 60 Tage komplett. Zwei Monate. Das sind acht Podcast-Folgen und vier Böhnchen. Komplett kostenlos zu testen. Ganz genau. Genau. Und da könnt ihr euch mal einen Überblick verschaffen, ob sich das für euch lohnt, auch so die Böhnchen dafür quasi zu bezahlen in Zukunft oder ob ihr sagt, ne, bleibe ich lieber kostenlos, ist quasi eure freie Entscheidung und ihr könnt es aber mal ausprobieren und müsst dafür nichts zahlen. Finde ich ganz cool. Finde ich mega cool. Und wir wünschen dabei ganz viel Spaß. So ein Böhnchen nehme ich gleich auch noch auf im Anschluss. Genau, das machen wir. Okay. So, also, es gibt noch so einen Random-Fact-Tuber. Richtig komisch. Ich habe wirklich Angst vor deinen Random-Facts jetzt mittlerweile, ne? Erst fällt dein Penis ab, jetzt gerade geht es um irgendwelche anderen Spezies, die Sex miteinander haben. Das wird mir zu bunt. Das wird mir einfach zu bunt. Okay. Nein, das ist jetzt was ganz anderes. Das ist mal wieder so ein geografischer Fact. Oh. Und zwar habe ich, manchmal habe ich so Momente, da denke ich mir so, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit und möchte jetzt nicht irgendwie auf TikTok oder auf Instagram oder so meine Zeit verschwenden, sondern was halbwegs Vernünftiges tun. Und dann öffne ich einfach Google Maps und zoome ganz weit raus, bis ich alle Länder sehe. Ja. Was ist dir aufgefallen? Und es ist mir aufgefallen, hä, warte mal. Italien sieht aus wie ein Stiefel. Nee, eigentlich, der Atlantik liegt ja einmal komplett zwischen Europa und Afrika. Also, nee, nicht zwischen Europa und Afrika, sondern zwischen Europa und Afrika als eines und Amerika und Südamerika als eines. Und man denkt sich ja so, ein Transatlantikflug, du musst über den fucking Ozean fliegen, ist voll lang. Zum Beispiel Frankfurt, New York dauert allein sieben Stunden. Obwohl das... Acht sogar. Oder acht. Und deswegen dachte ich mir, ja, safe ist das ja mit Afrika und Südamerika das Gleiche. Aber nein, wenn du dir das auf der Karte mal anschaust, dann ist der, ähm, quasi der westlichste Punkt von Afrika super nah am östlichsten Punkt von Südamerika. Das ist nur so ein kleines Gap, was du überfliegen musst. Und dann habe ich nämlich mal gegoogelt... Das ist gerade wieder so, das ist so ein Nerd-Talk. So nur du findest das gerade total krass und revolutionär. Ja, da habe ich mal gegoogelt, wie lange man denn fliegen würde vom westlichsten Punkt Afrikas. Das ist nämlich, ähm, das ist nämlich Dakar in Senegal bis zum östlichsten Punkt Südamerikas. Das ist nämlich Natal in Brasilien. Und jetzt rat mal, wie viele Stunden... Ach, sind's Stunden? Wie viele Stunden fliegt man? Zwei. Ne, sind vier. Wow. Ach, du bist so blöd, Julia. Hä, nur vier Stunden, um den Atlantik zu überqueren. Ist schon heftig. Weiß ich nicht. Ist das heftig? Ja, nee, weiß ich. Vor 100 Jahren mussten die mit dem Schiff zwei Wochen fahren und du kannst einfach mit dem Flugzeug von Natal nach Senegal in vier Stunden... Ja, genau so kannst du in anderthalb Stunden von Köln nach London fliegen und müsstest acht Stunden fahren. Ja, das... Das ist der Sinn von einem Flugzeug. Ach, halt doch die Fresse, ey. Okay. Deswegen ist es ja total krass, dass es Flugzeuge gibt. Okay, Julia, weißt du was? Schnell. Follow-up. Ein letztes Follow-up. Wir haben letztens über dumme Dinge, die die Deutsche tun, geredet und haben über den Geschmack Schoko-Brownie geredet, dass Schoko vor Brownie total schwachsinnig ist, weil ein Brownie impliziert, dass es aus Schoko ist. Genau. Das gleiche gilt für Tomatenketchup. Es gibt keinen Ketchup, der aus was anderem gemacht wird als Tomaten. Und es steht... Curryketchup. Ja, aber der ist ja trotzdem aus Tomaten gemacht, mit Curry-Zusatz. Ja. Und deswegen kannst du ja einfach den normalen Ketchup Ketchup nennen, so Original-Ketchup und dann nennst du den Curryketchup Curryketchup, weil Curry zugesetzt wurde. Aber Tomatenketchup dazu zu schreiben, ist völliger Käse. Aber soll ich dir was... Irgendwie weiß ich nicht. Doch, natürlich. Also ja, schon. Aber guck mal, wenn du halt nicht so super smart bist, dann weißt du vielleicht nicht direkt, dass Ketchup aus Tomaten besteht. Ja, aber trotzdem weißt du, dass der lecker schmeckt. Das ist alles, was zählt. Weil es gibt kein Paprika-Ketchup. Es gibt kein Ketchup aus einem anderen Gemüse. Stimmt eigentlich, warum nicht? Aus einem anderen Gemüse. Das ist jetzt gerade was, was ich mich eher frage. Warum nicht? Warum gibt es keinen Paprika-Ketchup? Weil es dann wahrscheinlich, zum Beispiel bei einer Paprika ist es ja dann Lecho, oder? Heißt das nicht so? Bitte was? Lecho. Habe ich noch nie gehört. Das ist so, kommt glaube ich so aus Richtung Ungarn oder sowas. Das ist so quasi auch so eine Soße, die viel aus Paprika gemacht wird und die heißt Lecho. Warum heißt Ketchup eigentlich Ketchup? Das ist so ein typisch amerikanisches Produkt, oder? Weil du so squeest und dann catcht es raus und dann ist es ab. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Vor allem, du squeest, dann catcht es raus und dann ist es ab. Dann catcht es und dann ist es ab. Ist ja nicht immer ab. Ne. Ne, jetzt mal ehrlich, es ist im Endeffekt ja eigentlich, es ist ja, okay, es ist keine Tomatensauce, aber es ist eine Art von Tomatensauce, eine andere, aber warum heißt es Ketchup? Woher kommt das Wort Ketchup? Aber das ist, das googeln wir jetzt nicht, okay? Julia, heute sind ihre Finger schon wieder an der Tastatur. Es stresst mich so. Es stresst mich einfach so unnormal. Guck mal, wir können nicht immer jedes Mal. Doch, wir machen einfach Follow-up für die nächste Folge. Die Antwort lautet also, der Vorläufer des Ketchup hieß Ketsiab, eine süßliche Sojasauce aus China. 1876 wandelte in den USA der Jungunternehmer Henry John Heinz die chinesische Rezeptur ab und nannte seine Soße Ketchup. Okay, also es ist einfach ein erfundener Name. Ne, süßliche Sojasauce hieß Ketsiab. Also Ketsiab wurde übersetzt in der asiatischen Sprache als süßliche Sojasauce. Kann ich mir nicht vorstellen. Das war auch schon ein Name. Ne, das ist ein Wort. Ja, ein Name. Das ist ein richtiges Wort. Ein chinesisches Wort anscheinend. Und der hat das einfach nur umgewandelt. Ja, okay. Aber mit Tomaten gemacht. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Ich glaube, es gibt quasi Ketchup sozusagen. Also es gibt Soßen aus anderen, aus anderen Gemüsesorten beziehungsweise Früchten. Aber Ketchup ist halt quasi, gilt nur für die Tomate. Wo ich dann noch mehr bei dem Punkt bin, dass Tomatenketchup Quatsch ist. Also Tomate vorher zu sagen. Weil Ketchup impliziert, es ist aus Tomate. Ich hätte gerne mal einen Paprika-Ketchup. Ja, Lecho. Gönn dir. Gibt's überall. Lecho? Es heißt Lecho. Schwöre, googelt doch einfach, bist ihr die ganze Zeit dabei und stresst mich damit. Lecho? Nee, Lecho ist kein, das ist ein Schmorgericht. Nein, das ist irgend so eine Soße. Schmorgericht der ungarischen Küche. Lecho? Aus weißen Spitzpaprika, Tomaten und Zwiebeln. Ja, aber guck es mit Paprika. Ja, aber das ist stückig. Ja, das stimmt. Du hast recht. Naja, aber safe gibt es das auf jeden Fall. Safe gibt es Ketchup aus anderen Gemüsesorten. Falls sich ein Experte oder eine Expertin unter euch befindet, dann sagt uns gern Bescheid. Es gibt auch Rote-Bete-Ketchup. Siehst du? Paprika-Relish. Relish nennen die das dann immer. Nee, Paprika-Ketchup gibt es. Okay. Deswegen heißt es Tomaten-Ketchup. Sorry, Leute, hab euer Argument leider auseinandergenommen. Ist Quatsch. So, und wir kommen jetzt zu den knackigen Fragen, würde ich sagen, oder? Hast du noch irgendwas? Nee, ich hab nichts mehr. Ich würde sagen, ich frag dich jetzt ein paar Sachen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Are you ready to rumble? I'm ready to rumble. Ich wollte grad sagen, ich hab früher immer bei meiner Oma Boxen geguckt, weil die immer Boxen geguckt haben. Keine Ahnung warum. Ich hab auch immer nur so heimlich mitgeguckt. Ich durfte eigentlich gar nicht. Weird. Und da war immer dieser eine Kommentator, der war immer so, are you ready to rumble? Weißt du? Ja, Julia, ich kenne das beim Boxen. Ich glaube, jeder Mensch hat das gerade gewusst, dass der das da sagt. Das ist jetzt nicht so, als wäre das so ein Fekt, den nur du kanntest. Für mich ist das voll die Kindheitserinnerung. Ich hab halt danach nie wieder Boxen geguckt, weil es mich nicht interessiert. Aber ich war, bei meiner Oma und meinem Opa lief immer Skispringen. Das ist so, das ist die Sportart, die da immer im Fernsehen lief. Nee, bei uns, bei meiner Oma lief immer Boxen und davor Big Brother. Auch eine interessante Kombi. Ja. Aber ich finde, sowohl Skispringen als auch Boxen als auch Wrestling, das sind so richtig, ich weiß nicht, das sind so Sportarten, die sind so Quatsch irgendwie. Nee. Die sind zwar krass, so und ich weiß, die brauchen ganz viel, also können und sowas, aber das ist doch alles Käse. Also ich finde Boxen so an sich mega cool, ich mach das auch voll gern, ich will damit ja jetzt auch anfangen, aber ich möchte nicht jemanden boxen. Ja, so Kickboxen mitzumachen. Nee, also ich meine, du kannst ja auch boxen, ohne jemanden auf die Fresse zu hauen. Du kannst auch quasi auf den Sack boxen. Genau. Oder halt einfach die Techniken und so lernen und so. Nicht einen Hodensack. Aber ich möchte nicht jemanden, ich möchte nicht gegen jemanden kämpfen und dem die Nase blutig schlagen, weißt du? Also du machst ja bitte auch nicht bei so einem peinlichen Influencer-Box-Event mit? Nee. Versprichst du es mir? Ja. Nee, du hast gerade schon diesen Blick gefällt. Nein, mach ich nicht. Nachher boxt mir dann so eine andere auf die Nase. Ist meine Nase kaputt. Ja stimmt, das machen wir nicht. Das ist Ärger. Ich darf ja sowieso nicht, während ich irgendwie Serien drehe oder sowas, steht ja immer im Vertrag, dass man keine gefährlichen Sportarten machen darf. Ah okay, ja dann ist ja gut. wenn ich jetzt einen Winterfilm drehen würde, ich dürfte nicht Skifahren gehen. Ja, Jonas Ems hat auch richtig Probleme, glaube ich, jetzt mit seinem Finger. Der hat doch geboxt gegen Rob. Stimmt. Und da haben total viele sich krass verletzt. Und also Jonas. Trimax glaube ich auch. Jonas hat auf jeden Fall sich irgendeinen Finger gebrochen und zwar so ein bisschen komplizierter. Ja. Und ich habe letztens in seiner Story gesehen, dass er meinte so, boah, wünsche ich mir echt Glück, dass das irgendwie wieder richtig verheilt oder so. Ja. Weil es ist gar nicht so einfach. Ja, Trimax zum Beispiel, glaube ich, darf jetzt gar nicht mehr boxen, weil der sich auch irgendwie das Handgelenk so kompliziert gebrochen hat oder so, dass da jetzt irgendwas nicht mehr richtig ist. Lohnt sich nicht. Nee. Lohnt sich nicht. So cool sieht es nicht aus, ganz ehrlich. Es macht schon sehr viel Spaß und du kannst halt auch koordinativ so viel lernen. Also es ist echt richtig cool. Ich finde die Sportart wirklich richtig cool. Ich würde das unbedingt machen, aber nicht so gegen jemanden. Ja. Da verletzt man sich ja und es tut weh. Das ist doch scheiße. Das stimmt, ja. Aber Skateboarden sieht deutlich cooler aus. Sorry. Nee, ich finde Boxen sieht schon geil aus, wenn du das richtig kannst und dann so richtig so und dann so kickst. Siehst du, und deswegen sind wir unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Interessen. Genau so, sorry. Lieber Achselschweiß oder Schweißfüße? Wo wir gerade bei unterschiedlichen Personen sind. Wie, jetzt an mir selber oder wenn ich es an jemand anderem riechen würde? Hättest du lieber Achselschweiß oder Schweißfüße? Das ist voll schwierig zu beantworten, weil... Findest du? Ja, weil ich hatte noch nie so tatsächliche Schweißfüße. Ich habe mit Schweißfüßen gar kein Problem. Okay, aber weißt du, wie Schweißfüße riechen? Ja, so halb. Also ich kenne seit Let's Dance den Geruch von Schweißfüßen wirklich sehr, 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 sehr gut. Genau, du hast einen richtigen Take dazu, aber irgendwie fehlt der mir. Ja? Ich kann nicht so relatend zu Schweißfüßen, aber ich stelle es mir auch eklig vor. Also wenn das so ein penetranter Geruch ist, der deinem Gegenüber dann auch direkt in die Nase steigt, wenn du Schweißfüße hast, passiert das? Also ist das so, wenn ihr nebeneinander steht, dass der Geruch deines Schweißfußes bis in seine oder ihre Nase dringt? Nee. Also es ist, sobald du die Schuhe ausziehst oder so, guck mal, bei mir war das ja bei Tanzschuhen, die waren offen sogar, ne? Ja. Also es ist gar nicht so, dass du Schweißfüße so nur bekommen kannst und riechen kannst, wenn du halt irgendwie so zuer Sneaker an hast oder so, aber grundsätzlich riechst du das. Zuher, geschlossene. Zuher. Ich habe eine zuhe Nase. Ja, ich sag das. Ich habe eine verstopfte Nase, heißt das. Okay, ja, sorry, wollte dich nicht unterbrechen. Du hast mich mal rausgebracht. Du hast mich mal rausgebracht. Ja, deine Schuhe sind ja sogar offen. Genau, aber trotzdem riechst du das eigentlich nur, sobald du halt irgendwie daran arbeitest. Sobald du sie ausziehst oder irgendwas daran machst. Oder sie aufmachst, neu bindest oder sowas. Genau, dann riechst du das und dann riechst du es auch ganz schön doll. Okay, aber wenn sie einmal geschlossen sind und du trotzdem drinsteckst und du weißt, du schwitzt gerade da drin, riecht man das eigentlich nicht. Du musst sie in irgendeiner Form bearbeiten, damit der Geruch rauskommt. Ja, aber dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass du quasi zu jemandem zu Besuch gehst und sie ausziehen musst. Und sie ausziehen musst und dann hast du halt Schweißfüße, ne? Aber da kannst du ja auch relativ gut vorbeugen. Gibt es nicht auch so Fuß-Deo oder Schuh-Deo, heißt das? Ja, es gibt auch Achsel-Deo. Ja, das stimmt. Also, was ist dein Take? Aber in einem normalen, in einem normalen Aus, wie fällt gerade das Wort nicht ein, also in einer normalen Form Achselschweiß oder Fußschweiß oder extrem? Also quasi... Nein, du stinkst nach Schweiß oder deine Füße stinken? Aber extrem oder so normal? Nein, normal. Wie man halt manchmal stinkt? Ja. Ich glaube, dann hätte ich lieber Fußschweiß. Ich hätte auf jeden Fall lieber Fußschweiß. Ich finde, Achselschweiß ist der ekligste Geruch, den es so vom Körper gefühlt gibt. Na, kommt drauf an. Ja, klar. Also ich meine, Mundgeruch und so ein Kram ist auch eklig, ne? Stimmt, Mundgulis. Mundgulis auch krass. Aber ich finde, Achselschweiß ist immer der penetranteste Geruch. Und du bewegst dich ja so richtig. Ja. Dann siehst du auch noch die Schweißflecken, das kommt ja auch noch dazu. Ja gut, das kann passieren, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja, aber das... Das ist einfach so was Menschliches, finde ich. Ja, genau. Aber wenn du die schon siehst, dann weißt du, ah, okay, ich schwitze, könnte jetzt auch noch passieren, dass es stinkt. Und dann macht dich das alles so nach und nach immer unsicherer, weißt du? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich, ähm, ich rieche das auch immer sehr schnell selber. Also ich rieche das... An dir? Ich rieche mich, wenn ich schwitze und... Ich rieche gut. Ich rieche auch gut. Ich habe aber auch mein böses Deo benutzt. Dann rieche ich das sehr, sehr schnell und ich finde diesen Geruch wirklich so richtig am unangenehmsten, stechendsten und ekligsten. Es kommt für mich darauf an, was für ein Schweiß das ist. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich super gestresst oder, oder, äh, wenn ich super gestresst bin oder Angst habe. Boah, ja. Und dann schwitze aus Angst. Dann stinkt das beim... Also dann habe ich das Gefühl, stinkt es anders. Also dann ist der Geruch anders. Ja, viel ekliger. Riecht dann wie Hasenpisse. Ja. Kennst du so, wenn dein Kaninchen... Ja. ...de dein Kaninchen-Stall nicht, ähm, ähm, oft genug sauber gemacht hast? Ja. So riecht es dann. Es riecht richtig stechend und eklig einfach. Genau, so Ammoniak. Ammoniak ist es. Ja, wirklich eklig, ja. Ja, ähm, so Sportschweiß finde ich gar nicht so schlimm. Sportakten-Schweiß. Der riecht nicht doll. Finde ich auch. Der riecht nicht schlimm. Aber so, so Arbeitsstress oder Angstschweiß, der ist richtig eklig. Und dazu muss ich noch sagen, wenn jemand, ähm, Zwiebeln gegessen hat am Vortag, Ja? Dann riecht der, dann riecht der Schweiß auch deutlich zwiebeliger. Und deswegen, und da habe ich auch gar kein gutes Gefühl dabei. Deswegen bin ich auch gar kein Zwiebel- und Knoblauch-Fan, weil ich finde, das, 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 das hast du so lange in deinem Körper, das wird so lange noch ausgestoßen, kommt aus deinem Porn raus, diese olle Zwiebel. Deswegen, Ich liebe Zwiebeln, ist mir scheißegal. Ähm, nee, ich, Achselschweiß ist einfach der Schweiß, dem du, also der Geruch, den du am wenigsten einfach entkommen kannst. Weißt du? Ja. So, du kannst auch kontrollieren, Nee, du kannst auch nicht kontrollieren, ob jemand anderen, ob jemand anders den riecht. So, wenn du zum Beispiel merkst, du hast Mundguli, ja, dann riech dich halt woanders hin oder geh weiter weg. Dann riech dich so, ja, dass dein Mund sich einfach nicht mehr riecht. Das ist ja auch leicht zu entfernen, weißt du? Das ist ja auch easy wegzumachen. Ja, übrigens Knoblauchgeruch kriegst du angeblich gut raus durch etwas Fettiges, wenn du das isst, wie zum Beispiel so ein Stück Schokolade lutschen, weil das hat ja viel Fett. Ich riech sowas halt nicht. Oder auch so zum Beispiel so eine fettige Milch oder Milch-Milch-Alternative trinken, gibt's ja auch mit viel Fett. Keine Ahnung, ich hab sowieso überhaupt gar keinen Take zu, oh, ich darf kein Knoblauch essen, weil dann riecht man das ja. Ist dir scheißegal? Ich riech das nicht. Auch bei anderen nicht? Nee. Ich hatte noch nie das Problem, dass ich so gedacht hab, boah, du riechst aber nach Knoblauch. Ja, stimmt. Noch nie. Ich bin auch generell nicht so empfindlich, was meine Nase angeht. Also jetzt bei Gerüchten generell. Es gibt ja Leute, die sind super empfindlich bei so stickiger Luft oder wenn jemand Knoblauch gegessen hat oder wenn jemand gefurzt hat und dann so ein subtiler Furzgeruch in der Luft hängt, stört mich alles nicht so. Ich gucke mich auch gar nicht. Irgendwie so, was raus muss, muss raus. Aber Achselschweiß, denke ich halt gar nicht. Ja genau, guck mal, so ein Furz, das passiert halt einfach. Ja. Das kannst du nicht verurteilen. So, klar, du kannst verurteilen, wenn jemand an einer Tour furzt und einfach nicht scheißen geht, so weißt du. So, dann kann man sagen, Alter. Wie gestern Abend? Ja, aber die haben nicht gerochen. Leute, wir waren gestern Abend noch fix beim Vietnamesen und irgendwas ist da mit meiner Verdauung, was nicht zu, irgendein Kraut ist da, was meine Verdauung nicht hinkriegt. Und dann muss ich ganz, ganz viel pupsen. Aber die riechen immer nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dann irgendwann, ey, wenn du wüsstest, wie viel ich hier schon gefurzt habe. Ja, aber das war nicht im Restaurant, sondern das war, als wir dann zum Supermarkt gelaufen sind. Genau. So, das war draußen. Ja, ich habe nicht im Restaurant gefurzt. Ja, doch hast du auch bestimmt, oder nicht? Aber nur ein, zweimal. Also, weil es aber auch nicht anders ging. Ja, du, was raus muss, muss raus. Und so ein... Solange es nicht penetrant und unangenehm für die anderen Menschen um dich herum wird, ist es auch vollkommen okay. Genau. Wir liegen in der Luft. Was ich sagen wollte, wenn du furzt, du kannst das manchmal einfach nicht verdrücken. Und dann ist es okay, wenn du furzt. Ja. So. Nee, auch nicht schlimm. Und ja, da müssen alle mal kurz durch. Aber jeder kennt den Geruch von Kacke. Ist jetzt auch nichts, was man nicht kennt und was so schlimm ist, dass man es nicht ertragen kann. dass der eigene Furz überhaupt nicht schlimm riecht und andere Furze schon. Ja. Aber im Endeffekt riechen die aber alle gleich. Wenn du das mal ganz, ganz rational betrachtest, riechen die alle nach Gülle. Es gibt schon echt gestört stinkende Furze. Ja, wenn jemand Alkohol am Vortag getrunken hat oder so. Aber meine zählen halt dazu. Zu den Schlimmsten? Mhm. Boah, Norovirus-Furz ist auch ganz, ganz wild. Keine Ahnung. Das riecht ganz schlimm. Für mich riecht das immer schlimm. Aber ich finde es halt irgendwie geil. Bist du eigentlich eine... Boah, das wäre auch eine gute, knackige Frage. Bist du eine stille oder eine leise... Nee. Bist du eine stille oder eine laute Furzerin? Furzerin? Boah, ich glaube ganz ehrlich, dass ich mehr leise furze. Ich auch. Als laut. Und dann ist es aber immer so, besonders bei meiner Familie, weil die wissen ja, wie meine riechen so, ne? Echt? Ja, natürlich. Also wenn jetzt... Sie wissen sofort, wenn ich das war. Wenn Jana und du nebeneinander stehen würdet und dann kommt ein Furz, dann könnten deine Eltern sofort bestimmen, ob der von dir oder von Jana kommt. Wow. Ja, weil meiner einfach der ekelhafteste ist. Und da haben wir wieder mal einen guten Beweis dafür, dass du die Reutige bist. Komplett. Nee, ist wirklich so. Meine Furze stinken schon doll. Und ich glaube, die haben auch so einen Eigengeruch, dass man das einfach erkennt. Es ist wirklich jedes Mal, wenn ich mit meiner Familie irgendwo sitze, sobald es dann halt stinkt und ich es war, kommt direkt Julia. Nicht schon wieder. Das ist wirklich so. Oh, finde ich aber super. Meine Familie ist nicht so. Also Wolfgang und ich voll, aber bei meiner Familie zu Hause mit meinen Eltern und meiner Schwester, da werden Furze, das ist noch so Privatsache, Privatangelegenheit. Also man geht weg, oder was? Ja. Ich merke das aber auch manchmal gar nicht. Und selbst wenn gefurzt wird, wird da nicht zugegeben, wer das war. Also ich mache das. Echt? Aber schade. Aber meine Mutter geht auch offiziell nicht kacken. Echt jetzt? Ja. Aber warum ist das denn so ein Tabuthema? Weiß nicht. Ich kack bei mir zu Hause mit offener Tür. Die hören, wie es plumpst. Same. Aber meine Eltern könnten das niemals in ihrem ganzen Leben machen. Meine Eltern sind auch noch ein bisschen kultivierter und gesitteter als ich. Die machen die Tür schon zu und gehen alleine aufs Klo. Aber ich würde mich dafür, ich würde schon dafür unterschreiben, dass ich für die Aussage, es ist in einer Beziehung sehr wichtig, dass man voreinander kacken kann. Ja? Na, pinkeln. Pinkeln, ja. Pinkeln, ja. Kacken ist optional. Kacken weiß ich nicht. Pinkeln auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Voreinander darf man pinkeln. Das habe ich auch gelernt, dass es sehr, sehr wichtig ist. Ja. Weil das einfach auch eine Art von Vertrauen und sowas zeigt. Ja. Und halt auch so, vor dem Partner ekelt man sich nicht. Ja. Weil man ekelt auch sich nicht vor sich selbst, wenn man kackt. Weißt du? Das ist einfach normal. Ich finde, ich ekele mich generell nicht davor, wenn jemand kackt. Ja, siehst du? Deswegen kannst du auch vor deinem Partner kacken. Ich habe auch vor meinen ganzen Freunden, also nicht vor meinen ganzen Freunden, aber so, nein. Ich habe schon mal meine ganzen Freunde nach Hause eingeladen, habe ich mit aufs Club gesagt. Wir haben alle zusammengekackt. Nein, nur du vor ihnen. Ja. Ich stelle mir auch meinen 25. Ich bin so die ganze Zeit auf dem Klo und einer kommt nacheinander rein und guckt mir. Okay, es geht zu weit. Und da haben wir wieder deinen geheimen Fetisch rausgefunden jetzt, Julia. Die Reudige. Nee, das würde ich wirklich nicht wollen. Die Reudige durch und durch. Eine gute Freundschaft zeigt für mich auch, dass man die Tür auflassen kann, wenn man pinkelt. Kacken nicht, aber pinkeln. Eine gute Freundschaft würdest du sogar sagen. Ja. Also bei meiner Schwester mache ich die Tür auf und bei dir würde ich sie auch auflassen, aber ich glaube, das ist auch noch nicht passiert. Oder? Hat mir schon mal die Tür voreinander auf? Ach, deine Tür ist so dünn, Alter, ich höre immer, wenn du strohlerst. Ja. Aber bei anderen FreundInnen, Julia, mh, mh. Ja, also richtig gute Freunde halt so. Zum Beispiel vor Kim. Mh, pickelst du auch. Aber das glaube ich. Ich rede face to face mit der, wenn die auf dem Klo sitzt und andersrum. Ich finde das aber so gut. Das ist total toll. Ich finde das sollte total etabliert werden. Ja, ich finde auch. Das ist irgendwie so ein Vertrauensding so. Natürlich jetzt nicht, wenn man irgendwie krass durchfahrt und auch mal einfach seinen Faktoren braucht oder so. Nein, natürlich nicht immer, aber so wenn du einfach kurz pipi musst. Ja. Und du weißt, es ist kein Thema gerade. Ja. Ich bin gesund, alles ist gut. Ja. Ja, finde ich gut. Schön, das war aber gar nicht die Frage. Ja, aber was ich sagen wollte ist, so bei Mundguli oder auch Achselschweiß, dann kann die Person ja kontrollieren, ob sie diesen Geruch gerade ausstrahlt oder nicht. Ja. So, und da ist es natürlich was anderes als Furzen. So, das war glaube ich, da hat euch zu mir dahin gekommen, oder? Aber ja. Aber ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ist egal. Weiß es auch nicht. Aber, ne, also ich fände auf jeden Fall Achselschweiß schlimmer. Same. Weil den kannst du, das wollte ich eigentlich sagen, dem kannst du nicht entkommen. Der strömt in alle Richtungen. Ja. Und weißt du, Mundguli geht nur nach vorne. Ja, stimmt. Und Fußschweiß, der bleibt da unten. Ja. So, den riechst du nicht so doll. Mhm. Ja. Zumindest glaube ich das. Ja. Aber krass, oder? Dass du anderen Schweiß hast, wenn du gestresst bist oder wenn du ängstlich bist oder irgendwelche Emotionen hast, dass sich das auf deinen Schweiß auswirkt, auf deinem Schweißlevel. Voll. Okay, Julia, nächste Frage, oder? Ja, nächste Frage. Nur gewöhnlichstank geredet. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Dementsprechend gibt es jetzt auch eine weitere Frage in die Richtung. Oder später. Nee, ich habe noch eine. Okay. Gibt es einen Geruch oder Geschmack, der eigentlich super nasty ist, dir aber gefällt? Ein Geruch oder ein Geschmack? Also jetzt nicht dein eigener Furz. Das hatten wir jetzt gerade schon. Den findet man schon ein bisschen geil. Aber darum geht es ja nicht. Sondern irgendeinen unkonventionellen Geruch oder Geschmack, den alle so richtig widerlich finden, wo du dir aber denkst, geil. Oh, geil. Ich muss sagen, ich kann jetzt mal, ich kann mal anfangen. Ja, fangen wir an. Ich brauche mal ein Beispiel. Bei mir ist es der Geschmack, kennst du noch diesen Nagellack, den man früher in der Apotheke bekommen hat, wenn man Nagelkauer war? Über Nagellack darf man nicht essen. Wenn man Nagelkauer war, dann hat man so ein Zeug bekommen, was so super bitter und sauer und widerlich schmeckt, sodass du aufhörst, an den Nägeln zu kauen. Für alle, die gerade nicht relaten können, leckt mal an einem Spiel von eurer Nintendo Switch. Die haben das auch drauf. Damit es nicht von Kindern gegessen wird. Echt jetzt? Wenn du an einem Nintendo Switch Spiel leckst. Warum weißt du das? Weil irgendjemand hat mir gesagt, leck mal an deinem Spiel. Und du hast es gemacht? Und dann habe ich es gemacht und dann habe ich gesagt, iiiiih! Und dann hat er gesagt, ja! Dann hat es mir erklärt. Okay, krass. Ja, gut. Die sind sehr klein, weißt du? Die kann man verschlucken. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist total smart. Ja, auf jeden Fall. Diesen Nagellack hatte ich, weil ich wirklich sehr, sehr exzessiv an meinen Nägeln immer rumgekaut habe. Und das Problem war aber, dass es bei mir nicht dazu geführt hat, dass ich es nicht mehr gemacht habe, sondern ich fand diesen Geschmack so geil, dass ich teilweise mein Finger dann einfach so abgeleckt habe und so immer so da dran rumgelutscht habe fast schon, weil ich diesen Geschmack irgendwie richtig satisfying fand. Aber weil du dich daran gewöhnt hast, dann einfach an den Geschmack und dann war es nicht mehr schlimm? Oder fandest du ihn wirklich sogar lecker? Ich fand ihn geil, weil er so nasty war irgendwie. Das ist ja verrückt. Ich weiß nicht. Ja, und dann gibt es halt noch so Sachen wie Sprit oder also so eine Tankstelle. Ja, Diesel oder frisches Benzin. Ja, genau. Motoröl riecht geil. Riecht auch Gülle, finde ich riecht auch richtig geil. Gülle. So Gülle, wenn so Gülle auf dem Feld so verstreut wurde. Nee, das finde ich gar nicht geil. Und du da so lang fährst oder läufst. Finde ich richtig seitensweigen. Oder hier nicht Hundescheiße, sondern Kuhscheiße. Finde ich auch geil. So eine Kuhscheiße, die schon so angetrocknet ist in der Sonne. Nee, kann dich leider gar nicht relaten. Nein? Nee. Okay, ist das jetzt zu weird? Also... Übertreibe ich langsam meine Offenheit? Ich kann nur noch mal quasi betonen, welche ich ganz schlimm finde. Zum Beispiel Rosenkohl riecht für mich einfach schon wie Furz und riecht ein bisschen nach Kacke. Und wenn ich dann den kaue, dann habe ich das Gefühl, ich kaue auf so einer Kackwurst. Und deswegen finde ich das super widerlich. Aber jetzt irgendwas, wo ich sage, das finden alle ekelhaft und ich geil. Gibt es keinen Geruch, der eigentlich so grundsätzlich konventionell gesehen eklig ist? Also höchstens Geschmack, der extrem salzig ist, wo die meisten Leute sagen... Wie so Marmeit und sowas. Genau. Oder ich habe ja auch schon Salatkrönung gelöffelt. Weißt du, das womit du deine... Stimmt, und Senf löffelst du doch auch. Das macht auch keinen Arsch. Ja, das stimmt. Das finde ich geil. Aber auch nur, wenn er mittelscharf ist. Ganz scharfen Senf kann ich auch nicht löffeln. Dann hört es auch irgendwann auf. Aber so extrem salzige Sachen finde ich geil, wo die meisten Leute sagen, um Gottes Willen, da würde ich niemals hinkommen. Es gibt jetzt den salzigsten Chip der Welt. Kennst du den schärfsten Chip der Welt? Nein? Nein? Also ich habe jetzt kein Bild vor Augen oder so. Doch, es gibt so ein... So ein Chip? Ja, es gibt so ein Nacho. So ein Chip. Und den kauft man einzeln? Den kauft man und alle sterben, die das essen. Also wirklich, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, dann will ich den salzigsten probieren. Und jetzt gibt es halt die neue Edition der salzigste Chip der Welt. Wow, wollen wir das mal für ein Video? Ja. Ist das teuer? Ich glaube nicht. Der salzigste Chip der Welt? Jetzt googelst du oder was? Nee, schreib mir das einfach auf, damit ich das nicht vergesse. Den müssen wir ja kaufen und in einem Video testen. Und dann gucken wir mal, wie salzig du es wirklich kannst. Der salzigste Chip der Welt. Und ich bin ja eigentlich immer so, dass ich sage, ich kann Schärfe gut. Soll ich dann den Schaf... Oh nee, will ich eigentlich nicht, wenn ich das angucke, wie die da alle mal abverrecken. Doch, voll gut. Dann haben wir gleich zwei Videos. Auf deinem Kanal kommt der schärfste Chip. Das ist dann das ganze Video, oder was? Wie tief sind wir denn gesunken? Hä? Reicht. Wir haben ja so sechs Stunden an einem Video gedreht, weil wir was richtig Cooles haben wollten. Jetzt ist der einzige Inhalt, den schärfsten Chip der Welt zu essen. Also ganz ehrlich, wenn wir das cool verpacken, dann brauchen wir da nicht tausend Sachen. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe aus meinem Videodrehs. Ich habe... Ja, aber du isst den und dann stirbst du zehn Minuten und das war's dann. Meinst du? Irgendwann lachen wir uns aber auch gegenseitig aus und so weiter. Aber das ist ein Video. Du nimmst den salzigsten, ich nehme den schärfsten. Okay, gut. Okay. Gut, machen wir. Okay, ach du Scheiße. Und ich will das gar nicht? Wieso habe ich mich jetzt da reingeredet? Finde ich dumm. Aber finde ich gut, dass du darüber redest, dass du so viele Gerüche, die eigentlich eklig sind, geil findest. Ich finde das gut, dass man sowas mal... Offen erzählt? Offen erzählt, ja. Ja, manchmal denke ich mir, ich bin zu offen. M-m, finde ich nicht. Weil alle irgendwann wissen, wie reudig ich wirklich bin. Ja. Aber ist auch okay. So, Joey, was ist rückblickend der schlimmste Trend, den du als Jugendlicher mitgemacht hast? Wo du dir jetzt denkst, boah, was habe ich denn da gemacht? Röhrenjeans. Ja? Nee, glaube ich nicht. Ich habe die Röhrenjeans ja auch wirklich extrem lange gerockt. Die hast du bis letztes Jahr gerockt. Also, das ist nicht mehr Jugendlicher. Nein, ein bisschen weiter sind die geworden. Ja, aber die waren immer noch röhrig. Röhrig? Röhrenjeans, sagt auch keiner. Skinnyjeans. Stimmt. Ja, früher hat man die Röhrenjeans genannt. Ja, stimmt. Früher hieß das Röhrenjeans. Ich schätze mal den Emo-Trend. So diese Emo-Frisur, diese typische 2008 Justin Bieber-Frisur, weißt du? Mit den Haaren so in den Augen. Diese. Die Schüttelfrisur. Ja, Schüttelfrisur hieß die, genau. Ich wurde auch im Urlaub mal von irgendwie so einem Animateur im Hotel als Justin Bieber für zwei Wochen bezeichnet, weißt du? Das hatten aber alle. Weil ich diese typische Justin Bieber-Frisur hatte und da war ich immer Justin, als ich gekommen bin. Das war mir so unangenehm. Das war aber wirklich früher so. Justin Bieber war wirklich irgendwie immer so ein Frisurentrend-Vorgeber, habe ich das Gefühl gehabt. Weil der hatte ja wirklich lange diese Schüttelfrisur und dann hatten die auch alle und dann hat er die irgendwann weggemacht und hat angefangen, so Seiten kurz und oben lang zu haben. Dann hatte die auch wieder. Auch jeder. Und dann hat er irgendwann Dreads gemacht und dann war er vorbei mit den Trends. Ja, und da hat er dann. Und Boxerschnitt und sowas hatte der dann auch. Und dann manchmal einfach so. Seit Jahren hat er einfach einen Baskat, oder? Nein. Hat der Haare richtig? Ja. Der hat manchmal so lange Haare, dann wieder kurz, dann wieder lang. Aber so gar nicht Trendy-mäßig. Nee, mittlerweile nicht mehr. Aber früher. Der macht jetzt einfach sein eigenes Ding. Ist doch schön. Ja, ist auch gut. Aber früher war der so ein richtiger Vorreiter. Das stimmt. Und alle haben immer gesagt, Justin Bieber-Frisur. Also, der war ein Trendsetter. Ich habe vor den ganz schlimmen Trends, wo ich jetzt sagen würde, um Gottes Willen, dass ich das gemacht habe, haben mich ja meine Eltern zum Glück bewahrt. Und was waren so schlimme Trends, wo du eigentlich gerne mitgemacht hättest? Ich hatte sehr gerne Tunnel gehabt damals in meinen Ohren. Boah, ich auch. Diese Schnecken. Ja, genau. Die Schnecken sind ja noch zum Dehnen. Genau. Die Schnecke ist eigentlich zum Dehnen da. Aber ich fand, die sahen richtig cool aus. Ich wollte das unbedingt haben. Ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe. Und so viele aus meiner Klasse. Gut, dass meine Eltern meinten, auf gar keinen Fall. Bei so vielen aus meiner Klasse hat das halt funktioniert. Die haben so lange ihre Eltern bearbeitet, dass sie sich halt Tunnel dehnen konnten, durften. Und meine Eltern sind halt wirklich so gewesen, wenn du das machst, dann darfst du die Türschwelle nicht mehr übertreten. Ja. Weißt du, dann kommst du hier nicht mehr rein. Ja, bei mir auch so. Und jetzt im Nachhinein bin ich ganz froh drüber, weil ich finde, die Dinger sehen so scheiße aus, ey. Vor allen Dingen, wenn du das halt irgendwann nicht mehr gut findest und du die Löcher da drin hast. Und dann labbert dein riesiges Ohrloch da so runter. Ja, also ich meine, ich hätte das auch nicht zu so einer Größe gemacht, dass es halt so richtig labbrig ist, aber trotzdem schon alleine, wenn es so ein Ohrloch ist, wo du keinen normalen Ohrring mehr durchtun kannst. Ja. Oder dass es halt einfach so ein bisschen groß ist, dass du halt die andere Seite siehst. Ja, aber ganz viele haben das ja so riesig gehabt, dass sie sich das dann zunähen lassen mussten und so einen Scheiß. Oder halt voll oft so das Ohrläppchen quasi so übers Ohr so drüber gemacht haben, damit man es nicht mehr sieht, weißt du? Ja, ganz schlimm. Ja, voll. Also jeder, wie es ihm gefällt, ne? Du willst es jetzt gar nicht verurteilen. Es gibt auch noch heutzutage Leute, die haben einen Tunnel und da denke ich mir, irgendwie passt es zu ihm. Ja klar, ey, es gibt Leute, da sieht es richtig cool aus. Das meine ich gar nicht, aber wenn du es dann nicht mehr haben willst, dann ist es scheiße. Ja. Ja, aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich finde, zu mir passt es nicht. Es passt nicht zu dem, was ich an mir schön finden würde. Von daher bin ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja stimmt, ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe. Boah, ich jetzt mit so Tunnelohrlöchern. Ja, und ich wollte mir auch meine Haare schwarz färben damals. Also ich hatte, ich war ja richtig in der Emo-Zeit, war ich 13, als Emo-Zeit ihren Höhepunkt hatte, war ich in meiner Teenie-Hochphase und ich wollte alles mitmachen. Ich habe mir auch damals so einen seitlichen Pony schneiden lassen, so diesen Schüttelpony, den du hattest, wenn du lange Haare hattest, weißt du? Aber der hat bei mir nie richtig funktioniert. Der sah immer richtig scheiße aus. Kennst du die Leute, bei denen das so richtig geil gefallen ist und die anderen, bei denen es einfach nur aussah wie Arsch? Ja, bei mir sah es aus wie Arsch. Aber ich habe, als ich über diese Frage nachgedacht habe, ich habe so viele dumme Sachen mitgemacht, die aber bei mir immer scheiße aus... Ich bin teilweise in die Schule gegangen, ne? Wie ich aussah, da denke ich mir jetzt wirklich so, was ist denn mit mir los gewesen? Kein Wunder, dass ich überhaupt gar kein Problem damit hatte, dass jeder mich ausgelacht hat für YouTube. Ich bin in die Schule gegangen. Ich hatte teilweise, ich habe mir meine kompletten Haare zu einem Zopf hier oben gemacht. Also ich hatte hier... Oben drauf, so Assipalme. Ja, so, kennst du noch Jojo Siwa? Ja. Die hatte hier immer so einen Zopf und da war so eine fette Schleife dran. Einfach so die kompletten Haare nicht hier hinten zu so einem Zopf, sondern vorne an der Seite, wie so eine dicke Antenne. Damit bin ich in die Schule gegangen. Pinke Kreolen. Ich habe mir teilweise so Netzstrumpf... So Netz... Ja. ...Dings hier, Handschuhe angezogen. Ja. Ich sah so bekloppt aus. Ich hatte auch Jeanshosen. Die waren vorne blau und hinten schwarz. Uiuiui. Weißt du? Uiuiui. Also so... Ich hatte so einen schrecklichen Style teilweise. Also wirklich ganz, ganz schön. Und dann hatte ich ja auch... Ich habe ja letztens schon erzählt, dass ich mir meine Haare nicht bunt färben durfte. Deswegen hatte ich immer so Extension-Strähnen. Ja. Also so eine kackgrüne Strähne oder so eine lilane Strähne oder so. Ich hatte... Ne, ich hatte mal einen blauen Pony mit so Sprühfarbe. Ich bin mit Sachen in die Schule gegangen. Ich sah einfach bekloppt aus. Ja, aber es ist auch wichtig, dass man sowas auslebt. Ich hatte auch mir mal mit 14 in der Frauenabteilung und H&M eine grüne Skinny-Jeans gekauft. Stimmt. Es war doch auch so eine Zeit, wo so Neon-Jeans drin waren. Boah, ey. Oh Gott, ey, ja wirklich. Die habe ich aber auch gerockt. Die habe ich auch in der Schule angezogen und alles. Ja, ich fand es auch total geil. Ich dachte auch so, ja man, ich mache mein Ding. Ich finde das richtig cool. Ich wurde so blöd angeguckt von allen Seiten, ne? Und da muss ich sagen, da bin ich froh, dass meine Eltern da gar, also komplett gechillt waren. Aber egal wie stereotypisch weiblich oder männlich meine Klamotten aussahen, haben die mich immer machen lassen. Mein Papa fand meine Röhren-Jeans auch immer zum Beispiel cool. Ja? Ja. Ja gut, aber die waren ja auch einfach in zu der Zeit. Der fand das auch so, weil seine Lieblingsband, die Rolling Stones, die hatten auch immer Röhren-Jeans an. Ah, ja, ich verstehe. Fand er das immer so richtig cool, dass ich die getragen habe. Witzig. Ich habe mir immer die beklopptesten Frisuren gemacht. Also wirklich die beklopptesten Frisuren hatte ich. Teilweise habe ich, es gab dann auch immer so Trends, wie man sich so ohne Hitze Locken machen kann. Dann habe ich so mit Klopapier und Schaumfestiger mir so Locken in die Haare, also so kleine Korken. Klopapier? Ja, man hat so Klopapier zusammen gesquished, so zu so einer Wurst. Ja. Und dann hat man da seine Locke drum gewickelt, aber mit so richtig viel Schaumfestiger. Und am nächsten Morgen habe ich das dann abgemacht. Und es war wirklich so, ich hatte meine glatten Haare, der Ansatz von den glatten Haaren und dann irgendwann kam so eine Kante und dann ging es so richtig ab, weißt du? Weil das auch viel zu kleine, krasse Löckchen war, die ich dann auch noch ausgebürstet habe. Und ich bin da mit so einem Kopf in die Schule gegangen. Es sah so schlimm aus, wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man sich so mal auslebt, oder? Das ist ja auch einfach so eine, du testest mal aus, was dir gefällt, was du dich wohlfühlst. Ich glaube, das muss man auch mal machen. Was ich auch krass finde, weil mittlerweile, wenn ich mir so zum Beispiel meine Schwester oder so angucke, oder halt die Generation, in der meine Schwester ist, so die sah mit 13, 14 schon so richtig stylisch aus so. Also so positiv stylisch, weißt du, was ich meine? So, aber bei denen, also ich will das jetzt gar nicht so negativ reden. Meine Schwester hat voll ihren eigenen Style und macht so voll ihr Ding und hat so einen richtig guten Geschmack auch, was ich total krass finde in dem jungen Alter. Aber so, die sehen irgendwie alle gleich aus und machen alle das, was Pinterest sagt oder TikTok sagt. Ich glaube, das ist es nämlich auch. Du hast halt heutzutage die Möglichkeit. Also guck mal, du hattest früher nur die Bravo, um dir so Style-Tipps zu holen oder so. Früher war der Style aber auch halt so schlimm. Da hatten wir auch alle so diese Armreifen, diese pinken und ganz vielen Klimper-Klimper-Dinger. Aber jetzt kannst du durch TikTok, kannst du dir ja so krass genau das suchen, was du krass findest. Ja, und vor allen Dingen auch von den viel Älteren den Style schon abgucken so. Ja, und du kannst ihn perfektionieren, weil du hast so richtig viel Zeit und dir das ganz genau in jedem Winkel anzugucken. Ja, und der Style ist einfach anders geworden, so das auch. Früher war das ja bei uns auch cool. Aber es wird selbst auch Zeiten wieder geben, wo alle so crazy und wild in die Schule gehen. Ich glaube nicht so. Nicht ganz so, ja. Weil Internet ist jetzt da, aber trotzdem. Ja, und dann frage ich mich aber manchmal, ist das gut oder ist das schlecht? So. Ich glaube, es gibt gute und schlechte Seiten daran. Grundsätzlich. An beiden Sachen, ne? Aber das ist ja wirklich so ein Ding, dass die Leute immer gleicher aussehen, weil du halt weltweit siehst, wie sich Leute kleiden. Es gibt nicht mehr so dieses, oh krass, in Japan sind die Leute schon zwei Jahre voraus im Gegensatz zu Europa oder die in Australien, die sind so weit weg von allem, dass die irgendwie noch in 2018 leben, trendtechnisch. Weil halt alles, jeder Mensch hat Internet und du kannst in Real-Time gucken, was gerade Leute anziehen und dann ändert sich der Trend ja inzwischen auch jede Woche. Und es gibt heute auch Leute, die immer noch Skinny-Jeans tragen. Es gibt Leute, die tragen die absolut weitesten Hosen. Du kannst immer noch High-Waist, Low-Waist anziehen. Es geht irgendwie alles und es geht nur noch um, was passt zu dir. Was aber voll cool ist. Welcher Bubble. Es sind eigentlich nur noch Bubbles. Ja, was aber voll positiv ist, finde ich, weil du dich mittlerweile viel besser so deinem Style so zugehörig fühlen kannst, weil du dann dich so in diese Bubble da so reinnimmst. Ja, genau. Und du kannst auch viel leichter jetzt aus Bubbles austreten und in eine andere Bubble eintreten, weißt du. Es ist nicht mehr so, früher warst du halt in dieser einen Szene drin und dann hast du dich da so definiert darüber und heutzutage bist du so, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf High-Waist, gehe ich jetzt mal Low-Waist und schon bist du in einer Art anderen Bubble drin, so vom Gefühl. Eigentlich ganz cool. Eigentlich cool, ja. Ja. Naja. Was war die Frage eigentlich? Ach ja. Okay, so Joey. Was war die Frage? Gerüche? Das ist der rückblickend schlimmste Trend, die du als Jusuf mitgemacht hast. So, isst du Gemüse lieber roh oder gekocht? Das kommt ganz aus Gemüse an natürlich. Ja? Aber ich glaube, ich esse mehr... Wenn du dich entscheiden müsstest, nur noch roh oder nur noch gekocht zu essen? Wenn ich an ein Gemüse, also wenn ich an Gemüse denke, habe ich sofort eine Paprika im Kopf und die esse ich am liebsten roh und definitiv nicht gekocht. Ja? Kann ich gekocht essen? Ich finde beides mega geil. Nee, gekochte Paprika brauche ich absolut nicht in meinem Leben, obwohl ich die auch esse. Aber nichts geht über so eine frische, saftig, süße Paprika. Das stimmt. Paprika auf jeden Fall. Paprika auch immer in Streifen, Snacken, niemals in Würfeln, im Salat. Ja. Du isst eine Paprika als Streifen so, als Snack, ganz für sich. Aber im Salat finde ich es auch geil, aber auch als dünne Streifen. Im Salat brauche ich es jetzt nicht so, aber so eine Streifen, also so ein Streifen, Spitzpaprika. Oh, geil. Ja, das stimmt. Ich finde auch Spitzpaprika im Ganzen voll geil. Aber so, dass du die in der Nähe ist quasi so ein Apfel-mäßig und beißt einfach da rein? Ja, aber nur Spitzpaprika. Keine normale Runde. Weil die so wenig so Kladderadatsch in sich drin hat. Ja, genau, die kannst du richtig geil einfach reinbeißen. Ja, das stimmt. Aber nee, ich schneide die in ganz, ganz dünne Streifen und dann esse ich so jeden Streifen einzeln. Aber bei Spitzpaprika finde ich das nervig, weil die auch so dünn sind. Nee, finde ich geil. Okay. Oh, es gibt ja auch so Snack-Paprika. Ja, das sind diese ganz kleinen wie so Cherry-Tomaten-mäßig. Ja. Aber voll unnötig auch. Lieber so eine große. Ja, voll unnötig. Aber auch irgendwie geil. Aber also, wenn Spitzpaprikas... macht es einen Unterschied, ob es Snack-Möhren sind oder normale. Die schmecken anders. Ja, bei Möhren macht es auch einen Riesenunterschied, ob die gekocht oder roh sind. Rohe Möhre, niemals würde ich die essen. Was? Ich liebe rohe Möhren. Das ist auch eklig. Ich finde es so geil. Das ist für mich so ein Geschmack... Ich könnte einen ganzen Sack Möhren essen. Da könnte ich nicht relaten, warum Leute diesen Geschmack lecker finden. Echt? Finde ich richtig abstoßend. Ich war mal mit meinen Freunden... Das kann ich eigentlich gar nicht bezählen. So random eigentlich gerade. Aber ich war mit meinen Freundinnen auf Klassenbad und wir haben da uns einfach so einen Kilosack Möhren gekauft und den halt alle gegessen. Auch so ungeschält und so. Wir haben einfach diese Möhren gefressen. Auch ungewaschen wahrscheinlich. Vermutlich ja. Aber wir leben noch dementsprechend alles gut. Ja. Und dann irgendwann waren wir... Oh Gott. Kann ich das erzählen? Ja, erzähl es jetzt. Wir waren heimlich in der Shisha-Bar. Mit so 16 oder so. Oder 15, keine Ahnung. Wir haben uns rausgeschlichen und waren heimlich in der Shisha-Bar. Auf Klassenfahrt. Ja, auf Klassenfahrt. Wo hatten wir auf Klassenfahrt? Ich so im Wald immer. In Dresden waren wir. Hä? In Dresden? Ja, weil wir auf Deutsch-LK-Fahrt waren. Auf Weier, ey. Und weil halt Dresden viel Geschichte hat. Ja. Wir waren halt nach Dresden gefahren. Und dann waren wir heimlich in der Shisha-Bar. Und dann hat eine Freundin von mir das so nicht vertragen. Och du Scheiße. Hat die ganzen Möhren da in die Shisha-Bar gekotzt. Hat die ganzen Möhren in die Shisha-Bar gekotzt. Auf diesen Teppich. Und auf diesen viel zu tief gelegenen Tisch und so. Weißt du, da ist es ja auch so eklig dunkel und komisch drin. Da ist überall Teppich und Sessel und sowas. Halt so eine richtig orientalische Shisha-Bar. Und überall lagen einfach nur so klein geschredderte, klein gekaute Möhren. Mehr nicht. Oh, ekelhaft. Wir sind da so schnell rausgerannt, ne? Wirklich. Wir waren so widerlich und scheiße. Vor allem auch so diese... Wir haben das so schnell aufgeräumt, so ein bisschen. Das ist so typisch so ein Teenie-Kopf, ne? Erstmal im Supermarkt so ein Kilogramm Möhren. Den snacken wir zusammen, oder? Dann sind die wahrscheinlich so alle auf einem Doppelstockbett und fremst euren Kilo-Sack Möhren. Und danach so, jetzt in die Shisha-Bar. Das passiert... Dieser Gedankengang kommt nur in einem Teenie-Kopf vor. Ja, und das Schlimmste war, uns war das so peinlich und wir wussten nicht, was wir machen sollten, dass wir diese... Ey, das kann ich wirklich nicht. Das ist so asozial. Hat die nicht bezahlt, oder wie? Ja, doch. Aber wir haben, weil wir nicht wussten, was wir machen sollten. Wir haben so versucht, den größten Teil von der Kotz, also von diesen Möhren, halt so mit Taschentüchern so wegzumachen und in den Müll zu schmeißen. Aber es ging halt nicht alles. Und dann haben wir ein paar von den Möhren einfach so unter den Teppich so geschaut. Ach du Scheiße, ey. Weil wir halt, weil es so peinlich war, dass wir halt dann... Ja, und ich... Entweder hat es irgendwann richtig krass gestunken und die mussten den Laden schließen. Hä? Haben die das nicht mitbekommen? Warst du in so einer Ecke, dass die das nicht gecheckt haben? Ja, die haben das nicht gecheckt. Oh, da habt ihr aber echt Glück gehabt, ey. Ja. Ich dachte jetzt wirklich so... Also wenn jemand so fein zerkaute Möhren im Strahl kotzt, das sieht man doch, kriegt man doch mit. Nee. Krass, ey. Also entweder mussten die schließen wegen Schimmelbefall oder so oder diese Möhren liegen da immer noch. Crazy, ey. Ich würde gern nochmal da hin. Einmal mal unter den Teppich gucken. Einmal mal unter den Teppich gucken. Safe ist es auch keine Schieferbar mehr. Das war vor acht Jahren. Überleg mal. Ja, das stimmt. Die wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Ja. Das war doch lustig. Das waren fünf knackige Fragen? Nee, das waren vier, aber wir haben jetzt schon wieder anderthalb Stunden aufgenommen. Aber war trotzdem lustig. Ich fand es trotzdem lustig. Ach du Scheiße, ja, anderthalb Stunden. Ja. Es war mir eine Freude, Julia. War eine schöne Folge. Ich fand die Folge total toll. Und ich will jetzt ein Podcaststudio haben. Aber das machen wir nicht. Das ist total dumm. Okay. Aber ich will. Ich will auch. Ah, Scheiße. Bis Dentchen. Bis Dentchen. Hab dich lieb. Tschüss. Tschüss.